Wir sind immer noch bei unserer vierten Station auf dem Planeten mit dem wundervollen Namen Zucchini. Südlich des Nordpols, äh, ich glaube was anderes als Südlich vom Nordpol gibt's auch nicht, ähm, sind wir jetzt hier unten angelangt, schon, äh, in dem Tempered Forest angefangen hatte das Ganze hier oben im Cold Borg, nee, es war im Boreal Forest, ähm, wir mussten ein paar mal umziehen, ihr kennt das Prozedere. Jetzt befinden wir uns hier an diesem wundervollen Cliff im Südwesten. Und zwar haben wir jetzt in der Mitte unser, ja, Wohn-Schulbereich mit einem Weihnachtsbaum, ist nicht so hübsch, das müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, werden wir die Zeit dafür finden. Wir haben hier unsere Blutbänke, ähm, ein paar Energiezellen, die dazu gekommen sind, was schon echt nice ist mit sechs Stück, das produziert schon einiges an Strom. Wir haben einen recht großen Kühlschrank, wo alles drin gelagert wird, mit dem Pastenspender, zwei Pilzfarmen, die sich hier befinden, unser Arbeitsraum inklusive Lager, sowie Stromproduktion und Roboter. Und hier unten haben wir jetzt einen neuen Raum erschlossen, wo gerade nur ein Research-Tisch ist. Der war auch ganz frisch und da werden wir jetzt noch ein bisschen mehr... Kommt der da nicht ran? Nope. Äh, da werden wir noch ein paar mehr Sachen jetzt erschließen. Bauen wir schon mal so ein bisschen Kabel hier runter. Ähm, und zwar, gucken wir mal, so Richtung Roboter und so, wo wir noch weitergehen. Ähm, dann haben wir angefangen, unsere Killbox zu bauen. Die ist noch nicht hundertprozentig fertig. Äh, wir haben sogar ein Krankenhaus vorne. Ähm, das ist die Killbox, wo die Gegner am Ende rauskommen, wo wir schießen. Wir müssen natürlich durch die Steine wegbekommen, äh, hier noch ein bisschen weiterbauen. Und dann haben wir hier so ein Doppelsystem, ein System, äh, das wir über Türen steuern. Ein System, wo wir die Gegner durch Fallen lotsen können, wovon wir jetzt insgesamt 46 schon haben. Oder das andere System, wo wir Gegner in eine Feuerfalle lotsen und die verbrennen. Die haben wir gestern schon getestet, das hat wunderprächtig funktioniert. Äh, ist auch nichts übrig geblieben. Ähm, wie ihr seht, nur noch die Überreste. Die Asche, die sieht man noch. Genau, das ist gerade die Base. Hier nach oben raus haben wir einen Mörser mit sogar ein bisschen Munition. Wir besitzen nicht genug Strom, wie es aussieht. Äh, wir haben Transportkapseln, einen Ground-Pin-Trading-Scanner und wir haben Plastall gefunden, wo Sinsere gerade schon am Bohren ist. Und das ist insane, weil das sind knapp, ich glaube, das waren 2100 Plastall. Das ermöglicht uns natürlich jetzt alle mit Rüstung auszustatten mit neuen Waffen. Und das machen wir jetzt. Wir geben jetzt Vollgas in Richtung Rüstung, Waffen. Ähm, gutes Equipment. Kinder, oh, die Kinder werden heute erwachsen. Dann machen wir noch das eine Kind zum krassen Vampirkind mit dem Nahkampf, weil wir haben ein Kind. Äh, Pablo ist tough und hat eine Flamme bei Nahkampf. Er braucht noch eine Flamme bei Nahkampf und stellt er vor, der kriegt noch Nimble oder Berserk. Und dann wird der Vampir. Oh mein Gott, wird das Beste ever. Okay, let's go. Auf die Kinder aufpassen. Ausrüstung besorgen. Trainieren, besser werden. Nicht sterben. Und, äh, dann den Monolithen holen. Ich hoffe, dass wir vielleicht heute zum Ende des Streams in den Monolithen holen, Chat. Kabakriss, danke dir für die 19. Das wäre geil. Oh mein Gott, das wäre richtig geil. Freue ich mich drauf. Okay. So. Okay, das mache ich zuerst. Äh, ja, ja, machen wir jetzt. Ja, bis wir dran. Wir bauen sie ja gerade. So. Let's go, Leute. Hm. Einzige, bevor ich etwas Angst habe, ist... Dadurch, dass wir... Habe ich echt nicht genug Strom? Oh, ich habe noch super viel Strom über. Was ist hier los gewesen? Ähm, dadurch, dass wir... Matt, kannst du das hier mal einlösen? Analyzed Chip. Ähm. Dadurch, dass wir so einen hohen Koloniewert haben... Guck mal, wir machen einen Chip. Signal Chip Study. Wir können jetzt bessere Max forschen. Ähm, dadurch, dass wir... so einen hohen Koloniewert haben, habe ich natürlich Angst, dass jetzt irgendwie 25 Raupen kommen. Wie das eine Mal. Die würden wir nämlich nicht schaffen zu besiegen. Deswegen müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Danke, Topfrisur. Bis wann ich heute mache. Wie immer bis eins. Okay, verstehe. Fliege, fliege, okay. So. Ja, Koloniewert hat mir ein bisschen Sorge. Da müssen wir vorsichtig sein, auf jeden Fall. Dann ziehen wir nochmal um. Ich möchte eigentlich nicht mehr umziehen. Ich möchte jetzt gerne hier bleiben. Vor allem machen wir jetzt endlich mal Fortschritt. Äh, wir können gleich die besseren Max forschen. Wir gehen gerade auf Devil Strand. Wir machen hier gleich Devil Strand hin. Ähm, da ist es warm. Da ist auch warm. Pilze haben wir auch wieder 6000 verkaufen. Äh, Monolith machen wir, wenn die Kinder erwachsen sind und wir bessere Waffen haben. Aber wird heute wahrscheinlich sogar passieren. Weil Pablo ist schon acht Jahre, sie ist siebeneinhalb und Astrid ist gleich schon sechs. Das wird schon klappen. Welche besseren Max Möster haben, das weiß ich noch gar nicht. Müssen wir uns überlegen. Ich glaube, einen Mining Mag brauche ich eigentlich nicht. Ähm, wir könnten überlegen, ob wir vielleicht Cypher holen oder die Scorcher, die Feuer machen. Tannela brauche ich glaube ich nicht. Und dann würde ich lieber auf High Mectar gehen und dann würde ich lieber selber Raupen bauen oder Diabolus oder sowas. Oder so ein Medic-Roboter. Ist auch ganz cool. Oder auf Ultra. So ein Centurion und sowas wäre ich auch geil. War Queen, Thessalon und so. Eine Ratte hat sie selbst gezähmt. Ja, die will ich hier gleich nicht haben. Teeum, Teeum. Ja, ich weiß nicht, ob ich Cypher brauche, dadurch, dass ich selber Nahkämpfer habe. Meine Vampir-Nahkämpfer. Aber Feuer ist immer nice. Kein Feuer, na, Feuer ist gar nicht mal so bad gegen die ganzen Entitäten und sowas. Danke dir, Davra. Vielen, vielen Dank für die Zwölf. Ja, Tandler können ganz gut tanken. Hast du mittlerweile, was hast du mittlerweile an krassen Waffen? Die krassesten, die ich habe, sind ein paar von den Charge Rifles, aber da würde ich gerne noch ein paar mehr machen. Vor allem haben sie nicht die beste Qualität. Äh, Devil Strand ist durch. Ähm, Chat, was wollte ich noch machen gestern? Wir wollten Devil Strand und danach wollten wir noch was anderes machen und ich habe vergessen, was es war. Ah ja, Remote Doors. Remote Doors. Türen wollten wir. Türen, 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 Türen. Ähm, so. Hör auf hier an zu pflanzen. Machen wir jetzt hier Devil Strand hin. Und dann hätte ich, glaube ich, gerne sogar ein zweites Devil Strand Feld. Und dafür ich will hier eigentlich keinen Durchgang. Auf der anderen Seite ist es aber voll okay, dass wir hier einen Durchgang haben. Machen wir da noch ein Devil Strand Feld hin. Let's go. Ja, Sprenkler könnten wir noch machen und wir könnten Düngemittel machen, damit Devil Strand doch schneller wächst. Macht jemand noch Steine hier unten? Ich hoffe. Warte, ich habe so Angst, dass gleich ein großer Raid kommt, Chat. Dass einfach so ein 25 Raupen Raid kommt, weil das wird uns echt kehren. Äh, die Raupe muss auf jeden Fall geschlachtet werden. Bevor die mir hier mein Essen weg isst. Was bringt Devil Strand? Devil Strand ist der beste Stoff, den du selbst anbauen kannst. Also Stoff, äh, zum Herstellen von Kleidung. Und ich würde gerne aus Devil Strand, ähm, T-Shirts und Hosen machen, weil die auch einen gewissen Rüstungswert haben. Reicht der Strophe zwei Lampen? Ich hoffe, wir werden das sehen. Da fehlt was beim zweiten Feld. Oh ja. Ne, fehlt da wirklich was? Nö. Doch, da unten. You are totally right. Okay. Noch einmal EMP-Gradaten. Ich glaube einmal reicht erstmal. Viel später vielleicht. So. Okay, das ist in Ordnung. Hier wird immer nur geflippt. Das Ding ist, ich habe gleich alle, ich habe alle von meiner Religion überzeugt. Was mache ich denn, Chat? Will ich Hillen der Religion, äh, bei uns in der Kolonie haben? Wobei die ist noch gar nicht in unserer Religion. Okay, immerhin. Jetzt ist eins zu viel. Ne. Wo? Oh. So. Dann Strom rüber. Lampe hin. Ich bin mal gespannt, ob der Strom reicht. Es wäre, glaube ich, smart, jetzt mal Batterien zu bauen. Ja, bau mal so eine Art Battery. Wave, danke dir für den zweiten, wichtigsten. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ja, springt da lang, können wir drüber nachdenken, auch nochmal zu machen. Aber es hat nicht durchs Priol. Ich würde gerne erstmal das hier und fertigstellen wieder. so, okay. Kaffee. Mmh. So ein schöner Kaffee kann auch mal ganz geil sein, oder? So, Matt, dann bauen wir das, genau, bauen wir das bitte einfach mal fertig. komm, reicht mir. Wollen wir mal die Batterie hier voll machen, nachts? Das ist gut. Ähm, mancher, glaube ich, nicht genug Steine. Ne, ich glaube, die ganze Zeit Steine. Das muss ich machen. Was verschicken. Ich glaube, wir haben letztes Mal schon was verschickt. Ich glaube, so viel besitze ich gar nicht mehr, was ich noch verschicken kann. Mein Lager ist ziemlich leer. Ich besitze eigentlich gar nichts. Also, ein bisschen Stahl und das war's. Okay. Chat! Ich will nicht nach Tibet. Oh, bitte kein 25 Raupen Raid. Randy, heute sei gnädig zu mir. Ich meine, Randy war gestern, schon sehr gnädig. Das ist das Problem. Ich hatte hier gestern echt viel Zeit. Guckt euch das an und wenn dann wieder sowas kommt, dann weine ich. Oh, fuck. Randy, Randy. Ich würde mich sehr freuen, wenn du vielleicht noch ein bisschen chillst. War du die bereits aktiviert? Ne, noch nicht. Noch ein bisschen chillst. Das wäre wirklich schön. Randy war leider sehr, sehr ruhig. und das bedeutet, dass er wahrscheinlich heute reinhaut, kann ich mir vorstellen. wem kann ich zwingen, Steine zu kloppen? Das letzte Mal hattest du gesagt, hattest du die Kleidung verschickt und dann hast du sie verkauft, anstatt zu verschicken. Wir haben einmal verkauft und einmal verschickt. Wir haben uns letztes Mal verschickt und haben uns mit den Schweinen wieder fast auf neutral und jetzt müssen wir noch mal den, die andere Teilhabe schicken. Vielleicht macht Randy heute Urlaub oder gerade Urlaub, das wäre sehr schön. da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn Randy heute mal ruhig ist. Es hängt einfach, es hängt zu viel. Es hängt zu viel hier dran. Es hängt zu viel hier dran. Es hängt zu viel an diesem Run. Es darf nicht, ich darf es nicht verkacken. Grunt, du bist am Bohren auch, ja? Neun Mining. Es reicht, wenn einer bohrt. Sollten nicht alle bohren. Cutting Stones. Ja, Kumpel, mach du mal Steine. Ich muss vor allem auch die Wiederbelebungsrituale geben, aber dafür muss ich die Monolithen holen und das macht mir Angst. Offensichtlich. Research läuft. Oh, guck mal hier. Das ist gut. Pablo, der soll jetzt später sowieso researchen. Der levelt hier, der hat schon fünf Intellect. Vivi, hallo, hallo. Das ist richtig strong. Death Rest mit Matt machen. Scheiße, ja, muss ich sogar. Ja, dann lass uns das jetzt mal machen. Warte mal, warum ist hier kein Hämogen drin? Refill das alles. Ja, ich mach jetzt schnell Death Rest. Oh, scheiße, der muss auch Death Rest machen. Fuck, das ist gar nicht gut, dass ich gepennt hab. Okay, rein mit dir. Oh, 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 oh. Oh, das ist immer gefährlich. Jetzt hab ich drei Tage meine zwei Hauptkämpfer nicht. Wo ist man das da bitte? Und zwar das Klo wird langsam voll da unten. Ja, ich brauch auf jeden Fall ein richtiges Klo. Auch mit Fließ und Wasser und so. Wieso hast du eigentlich keine Tiere in deinem Run? Hat keinen wirklichen Benefit. Also ich seh da keinen drin. Man muss der dritte Vampir gehen. Gott sei Dank haben wir beim dritten Vampir noch sechs Tage. Da sind die beiden anderen schon raus. Das ist ein bisschen doof, dass Matt und Raspis halt beide so einen sehr ähnlichen Ablauf haben. Das krieg ich noch nicht so gut getimt alles. Okay, sieht schon besser aus immerhin hier jetzt. So. Okay, und jetzt muss ich nur noch hier gleich einmal durchziehen. Und die Türen müssen alle nochmal offen sein dann. Okay. So, jetzt muss ich einfach nur Daumen drücken und hoffen, dass kein Raid kommt, während die beiden schlafen. Please, 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 please. Ich meine, wir haben 48 Fallen. Wenn ich alle Fallen aufstelle, haben wir einfach 200 Fallen. Das ist insane. Das ist insane. So, sehr viel Müll. Äh, 150. Ja, die können wir bald anfangen zu verschicken. Die Taschen für Tibet schon gepackt, auf keinen Fall. Ja, der Koloniewert. Ufs, ja. Ich hab halt auch ein paar echt schwache Leute. Hallo Schlappen. Mein Moin, Nanook. Ich hab leider noch nicht so starke Kämpfer und nicht so gute Waffen. Warum braucht man Pira immer diesen Deathrest? Hab den Grund nie mitbekommen. Ähm, ihr seid die Mechanik. Wir müssen alle paar Tage so einen Todesschlaf halten. Und die kannst du durch verschiedene Sachen stärker und schwächer machen. Äh, ihr seid wahrscheinlich dafür da, damit Vampire nicht einfach nur zu starke Übermenschen sind, sondern damit sie auch sag ich mal Drawbacks haben. Weil sie wahrscheinlich sonst einfach zu OP sind. So. Geschenke an die anderen Tage. Ich besitze keine Geschenke. Das ist halt das Problem. Und ohne Mensch schaffe ich das hier gar nicht anzupflanzen. Hä? Warum geht das nicht? Ah, lol. Bin ja auch smart, oder? Das Gute ist auch, dass ich jetzt eine Batterie habe. Wir können daran erkennen. Tagsüber verlieren wir auf jeden Fall Strom. Aber nachts soll das wieder hochgehen. So. Euer Paar Pilze rüber. Na ja, weiß ich nicht, ob Pilze das sind, was wir brauchen. Okay. Äh, habe ich Advanced Komponenten? Eine. Okay. Da müssen wir was zu tun ist. Make Advanced Components. 20 Stück. Wir haben normale Komponenten. 50 Stück. Haben wir noch Gold? 56. Haben wir Plastal? Haben wir. Ich glaube, was anderes brauchen wir für die Advanced Komponenten nicht. Okay. Perfekt. Warum Pilze nicht? Äh, Pilze nicht. Aber wir pflanzen Devil Strand an. Was heißt der Roboter ist alle? No Recharger available. Okay. Ich glaube, ein Recharger reicht langsam nicht mehr, wahr? Wir pflanzen hier Devil Strand an. Okay. Du brauchst du und ich struggle da immer hart. Äh, guck mal, es gibt eine Mod, die heißt, ähm, Designator Shapes heißt die. Da kannst du, zum Beispiel, das ist nur More Planning, dass du mehr Farben und sowas hast. Und Designator Shapes gibt dir hier oben, schau mal, gibt dir oben die Möglichkeit, Formen auszuwählen. Da kannst du zum Beispiel sagen, hier ein voller Kreis. Und dann zieht er automatisch den Kreis. Jetzt zum Beispiel mal, hier gehe ich mal auf 40x40, da. Oder du sagst, ich hätte gerne einen Kreis, aber, also immer Kreis, nicht so, das ist so ein Ei. Du kannst ein Ei malen, du kannst auch sowas machen. Du kannst eine Augenbase machen oder so. Ähm, oder du willst immer einen Kreis haben und der malt dir einfach einen Kreis. Kannst du hier auch manuell machen, aber manuell ist es halt nervig. Früher habe ich es ja manuell gemacht mit so einem, äh, mit dem, äh, Radius. So kannst du es machen. Wenn du es ohne Mod machen willst, geht es auch folgendermaßen. Du nimmst einfach nur normal bei Production, zum Beispiel einen Crafting Spot. Einen Crafting Spot stellst du ein, irgendeinen Job, scheißegal, was für ein, und dann stellst du den Radius ein. Siehst du den Radius? Ja. Und dann ist es auch immer rund. Dann stellst du den Radius ein und dann kannst du immer auf den Crafting Spot klicken und wenn du rübergehst, siehst du den Radius, dann kannst du dir nachmalen. So habe ich es früher gemacht, bevor es die Mod gab. Und dann kannst du dir einfach nachmalen. Dann nimmst du halt meist ein bisschen, dann guckst du wieder nach, dann meist ein bisschen du musst wieder nach, bis es richtig ist. Aber das ist viel aufwendiger. Mit Designator Shapes ist es natürlich viel, viel leichter. Aber da kannst du es einfach ziehen. Das ist natürlich viel, viel entspannter. So, das muss jetzt hier weg. Okay. Also geht auch, aber nur mit Aufwand verbunden. Wenn du die Feuerwehr aktivierst und die Türen offen sind, wieso wird das in der Killbox nicht so warm wie im Gang? Türen isolieren, auch wenn sie offen sind. Je mehr hintereinander, desto stärker die Isolation. War ein Augen-Base. Oh, Gottes Willen. So. Okay, jetzt einfach nur kurz nichts Schlimmes passieren lassen. Ähm. Wie viele Craft habe ich? Ich habe zwei Craft, oder? Ich habe Danny mit 14, aber ich will eigentlich das Grand durchcraftet. Ja, Kumpel, mach du das mal alles. Ja, ist auch auf Brand eingestellt. Crafte du mal hart durch. Ich will dich auf 20 Crafting-Handeln, damit ich gar Lustum machen kann. Ah, wir haben jetzt schon ein paar Rüstungen, das ist schon heiß. Danny hat jetzt sieben Shootings. Ist gar nicht so bad, nehme ich. Wir waren nochmal der Name mit dem Türschalter. Ähm, für die Türschalter und Co. gibt es eine Mod, die heißt äh, Doors Expanded. Da gibt es dann auch so Prisoner Doors, ganze Gefängnisse bauen, so riesige Blast-Doors und solche Geschichten. Äh, so verschiedene Türen einfach extra. Und da heißt es uns Krankenhausstellen. Haben wir. Da. Ach so, ins Krankenhaus. Ja, brauchen wir erstmal nicht. Das ist mal okay. Vielleicht ein wenig schön bauen bei aktuellem Stand. Äh, was ist da dran bitte nicht schön? Hallo? Gibt es eine fette Volt-Door? Ja. Übermorgen auch. Okay. Hm, ja geil. Hallo, hallo. Wann hat der? Hm, gute Frage. Soll die Steine hier vorne müssen noch weg? Kannst du den mit dem Bein aus dem Knast holen? Ich glaube, der hat noch nicht unsere Religion. Bad, Schlafzimmer, aufgeteilte Räume und so weiter? Äh, nein. Also das ist auf jeden Fall nicht unsere höchste Prio hübsch zu bauen. Unsere höchste Prio ist gerade nicht zu sterben. Und nicht zu sterben bedeutet Rüstung zu bauen. Ich mache schon mal sogar die Wände hier so ein bisschen. Aber unsere höchste Prio ist gerade die Fallen aufzustellen. Wann ist der nächste Gefängnisausbruch? Das wird wahrscheinlich gar nicht passieren. Viele von denen haben keine Beine. Ihr seht das auch nicht als Gefängnis. Ihr seht das eher als Gästezimmer. Die sind alle freiwillig da, um ihr Blut zu spenden. Vorbildliche Bürger. Okay, ich habe doch ein bisschen Stromprobleme. Vielleicht teile ich das sogar einfach ein bisschen auf. Wieso hat eigentlich wieder nur genau ein Kolonist einen Twitch-Namen? Weil die anderen Kolonisten alle entstanden sind aus den Genen. Und da wird keiner vergeben. Deswegen bisher hat Cinsero einen aus dem Twitch gekriegt. Ich mag ja den Mix aus beidem. Kannst du den Generator? Missing Six Components. Wirst du mich verarschen? Da liegen 45 oben. Okay. Die Türschalter gehen seit 1.5 nicht mehr. Dazu gibt es einige Einträge. Oh, okay. Also brauche ich die Türschalter gar nicht mehr researchen, ja? Ah. Harry, hallo, hallo. Man kann es ja mal probieren, aber. Kannst du nicht mal gehen, dann müssen wir es doch so machen. Okay. Okay, okay, okay. So, Power sollte dann jetzt aber wieder genug drin sein. Und so, mach das da rein. Okay. So, Remote Doors. Ähm, ich würde gerne die Roboter trotzdem schon mal erforschen. Standard Mac Tech gehen wir auf die nächste Stufe. Summit, danke dir für die 26. Vielen, vielen, vielen Dank. Ey, hallo, diese Uhrzeit, Kaffee und Brötchen, das ist doch perfekt, ey. So, mein Danke für die zwei Gifte Zaps. Das ist ganz lieb von mir. Vielen, vielen, vielen Dank für die zwei Gifte Zaps an die Community. Hey, hallo, die Klupper Twins. Let's go. Vielen, vielen, vielen Dank. Aus welcher Scheißkraftwerk? Das große ist aus Vanilla Expanded Power, Vanilla Expanded Power. Aber das gibt es auch in klein und das ist Vanilla. Das wäre das Camp Fuel Power Generator. Das ist Vanilla mit Camp Fuel. Aber das große, das sind noch mal die Industrial Camp Fuel Power Generator. Schön, dass ihr noch lebt. Hab Angst um Edo im Tibet. Ja. Du hast Angst, dass ich die Schaolin-Mönche alle verprügeln und zu stark werde, oder? Deswegen. Ich mach mir auch Sorgen um sie. Deswegen sollten wir lieber nicht hin. Temperatur passt. Yo, Porcupy. Vielen, vielen, vielen vielen Dank für die fünf Gifte Zaps an die Community. Das ist ganz, ganz, ganz lieb von dir. Vielen, lieben Dank, Leute. Danke für den Support. Okay. Wir haben heute viel vor. Sehr viel vor. Und ich muss immer noch höchst konzentriert bleiben, weil jeder Fehler... Oh, scheiße. Psychic Ship. Oh. 36 Cypher. Das Ding muss weg. Weil jeder Fehler... Ähm... 36 ist hart. Jeder Fehler ist schmerzhaft. Ähm... Und jeder Fehler kann dazu führen, dass ich in Tibet lande. lasse ich dir durch die Fein trotzdem laufen. Ich glaube, ja, oder? Aber die Fein aufbauen wird Pain. Oder lasse ich sie direkt ohne Fein kommen. Äh... Gab es hier nicht mal eine Liste aller Mods, die du nutzt? Ja, Ausrufezeichen Rimworld. Ausrufezeichen Rimworld. Danke nochmal, Pocupy. Vielen, vielen Dank. Haaa... I don't like this so much. Muss ich sagen. I don't like this so much. Ich glaube, bei dem Weg in den Feingang würde er sich lohnen, die in der Base aufzubauen und dann einfach zu versetzen, oder? Ja, aber es ist auch aufwendig, dies bauen und versetzen. Ja, aktuell leider nicht. Aktuell kann ich sie nötig alle laufen lassen, weil die Feinde da oben sind. Mit dem Zaun, wo ich kannst du die kleinen Tiere abhalten, aber ich die großen... Wann wachen die dann? Ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen ausharren, bis Matt wach ist. Fünf Stunden. Und du in sechs. Okay, das ist easy. Und dann werde ich die Mörse an. 36 Cypher sind schon nicht wenige. Das sind echt nicht wenige. Fallen sind viel zu teuer für die Schnitter. Ja, aber auf der anderen Seite... Zu sterben ist auch teuer. Brennraum ist da besser und günstiger. Mechanoiden kannst du damit nicht töten. Mechanoiden... Den ist Hitze egal. Bereich außerhalb der Base mit der Zone? Sicher eigentlich nicht. Nur bis hier oben, aber das ist ja alles eingebaut. Was kann man Gift mehr machen? Hab da schon so viel von. Entweder ihn irgendwie loswerden, indem du ihn irgendwo verschickst, an den Map ran packst und Insekten spawnen, oder im späten Tech, im Ultra Tech kannst du... Ne, hier. Wasteback Atomizer. Kannst du mit Nanostructuring-Chips und so kannst du so ein Ding bauen, um den zu recyceln. Was ich halt machen könnte, ich könnte die Kite mit Sniper Rifles... Ich glaube, das mache ich. Ich probiere es zumindest. Ja, ich probiere es zumindest. Mit Matt und Sincero. Pabba und Sohnemann. Vplus Gaming, danke dir für die neuen Gin. Matti, hallo. Genau, da ist er, Matti, unser Sniper. Ich habe mich in meiner eigenen Sniper verschluckt. Scheiße, ich habe jetzt Hill überzeugt, aber ich weiß nicht, ob ich Hill in der Kolonie am Bildschirm bin. Echt nicht. Was will ich mit diesem Charakter? Hat nur Intellekt. Tiere, der kriegt, wenn er unsere Religion minus 12. Tiere hat er 0 dann. Ich glaube, ich behalte ihn und trinke ihn erstmal einfach nur. Weil das Trinken brauche ich auf jeden Fall. So, Matt, du gibst die Sniper. Sind zu deinem Sniper. Nahkämpfer machen wir. Wir machen richtig Nahkämpfer, wir machen nicht solche schlechten Nahkämpfer. Wir machen jetzt hier so richtige Nahkämpfer. So, Riva, hallo, hallo. Ach, sind so, kann ich mir die auch raus? Weißt du, ob du bei dem Wetter Bock hast? Du triffst wahrscheinlich nichts im Dunkeln, aber ich probiere es. So. Chatiere als Inhuman kannst du komplett knicken. Kannst du komplett knicken. Die sollten ja eigentlich uns nicht verfolgen, soweit ich weiß. So, werfen wir ihn? So. ansi. So. 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 Seit wann sind die denn so komisch unterwegs? Okay, kann man einen Porn wieder rehumanisieren, hab den Kotisten gefangen genommen und überlegen zu übernehmen und das ist eine Frage, ich weiß gar nicht ob es geht. Jo Matteo, danke dir für den fünften Monat, vielen, vielen lieben Dank. Könnt ihr den mal alles wegschießen wieder? Junge, 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 der will ja gar nicht sterben, oder? Na komm, so ist auch okay, so töten wir ein bisschen, einem nach dem anderen her. Gucken, dass die Stimmung nicht zu sehr kippt. Wer hat schon minus 14? Geht mal kurz nach Hause, steht mal kurz, wie viele sind es denn noch? 33, wie viele Pfeilen haben sie kaputt gemacht bei mir? Hm, glaube ich mach lieber so weiter. Ich sehe ein Risiko da drin, die durch meine ganzen Pfeilen laufen zu lassen, das will ich irgendwie nicht. Schlaft mal kurz, chillt mal, so, holt ihr mal wieder gute Laune und dann gehen wir nochmal los mit beiden. Mörser da ab und zu drauf, Mörser ist das Problem, wenn das Raumschiff zu viel Damage frisst. Also wir können ein bisschen Mörsern, aber wenn das Raumschiff zu viel Damage frisst, dann attacken die uns halt komplett. Wenn ich das Raumschiff drei Mal treffe, dann greifen sie mich alle an. Feuerfalle funktioniert, kann ich nicht gegen Mechanoiden, nein. Oh, der trifft auch nicht. Oh, der trifft wirklich nicht. Ich hab Uran-Underground gescannt, oh Schösser. Okay, vergiss das. Okay, wo? Ah, schade. Leider am Arsch der Welt. Ah, schade. Da hätte ich gerne Uran in der Base wäre geil, nach 2400 sogar. Hm. Das freut mich, Matteo, dass es ihr gefällt. Ach, jetzt kommen wieder so viele. Wenn du da in die Nähe läufst. Wobei, warte mal. Ich probier mal was. Was? Vielleicht kann ich die sogar halbwegs 1 Cent kiten. Okay. 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 And dann klar. Uh. sie einzeln zu machen wird 100 jahre dauern leider weil man jemals so weit rausgelaufen das haben sie verändert, das war früher nicht so hmmm ok hmmm da sind wir noch ein bisschen hoffen dass sie einfach kommen warte wir haben sogar wobei es war dings palko traders, nice das ist ja gut ok ich muss auf jeden fall wieder munition herstellen, mörser munition ähm dann hast du schon zwei boah zwei social, wow was für ein soziales genie ähm ok ich kann auf jeden fall verkaufen wieder so 3500 pilze ähm die frage ist chat, was will ich kaufen was will ich denn kaufen, die haben ein exzellentes buch für recreation, vielleicht kaufe ich das mal ich könnte gold kaufen 100 und ich könnte gojos noch ein bisschen kaufen metal blood serum, sollte ich vielleicht auch für die nacken verkaufen jaa das geil jaa das geil vielleicht verkaufe ich ein paar mehr pilze jaa das geil vielleicht so jo nina, danke dir für den raid einfach so geradet vielen, vielen, vielen vielen dank für den raid herzlich willkommen, hallo, hallo ich hoffe ihr habt es schon einen stream gehabt wir sind hier in unserem rimbad run das kam ein neues dlc raus vor zwei monaten ich habe es immer noch nicht geschafft durchzuspielen und bin hart hart am leiden aber diesmal schaffe ich es bin mir ganz sicher welche ist überhaupt gut welche waffen es kommt drauf an welche situation für nahkampf die chain shotguns für fernkampf die sniper ist immer ganz gut und sonst die assault rifles oder diese laser impulsgewehre ja nina muss das auch noch spielen auf jeden fall habt ihr den dlc noch nicht geholt okay das dlc ist insane nina, es ist wirklich insane das ist so gut es ist so gut okay chatte, mir fehlt noch ein bisschen geld was könnte ich nochmal verkaufen hier meine rimbads haben bisher noch nie aufworld geschafft dann veranda das ist wirklich unfassbar gut das neue dlc ist der hammer chatte, ich bin ein bisschen pleite was sollte ich vielleicht stattdessen machen slate blöcke das kaufen sie nicht ja wahrscheinlich einfach mal ich kaufe einfach mal 50 gold dann passt das erstmal das reicht das serum und so sollten wir gleich nochmal reinholen bevor es draußen kaputt geht geht das überhaupt kaputt? ich glaube es geht gar nicht so schnell kaputt ok ja ich muss die max hat er aber da irgendwas getroffen? ein paar die sind auch ganz gut beschädigt oder? ja nice ein paar gute hits dabei hat er noch munition nicht wirklich ne zwei letzte schuss und der sitzt oder? jetzt wow ah der hat hier sogar noch ok chat gute hits ein gesniped ok noch ein gesniped ja ich muss mit matt eigentlich ich probiere es aber regen draußen er wird geschehen gar nichts treffen war neue Basin niemals ok mir wurde ein Monolith versprochen machen wir heute auf jeden Fall das machen wir auf jeden Fall halt noch davon gehe ich aus außer es passiert was ganz ganz schlimmes das natürlich immer passieren könnte die kommen halt immer direkt das ist ein bisschen das Problem gut hit hit oh scheiße naja man kann die echt scheiße kiten die sind schlauer geworden die sind schlauer geworden das war früher anders die sind wirklich smarter geworden vielleicht muss ich einfach weiter mörsern oh scheiße Tiere greifen sie an ok wie viele sind es denn hier 29 noch ok ich brauche auf jeden fall mehr Munition die ich herstellen muss aber nicht unendlich viel homogen hier mit den ganzen Jumps ja ich mache jetzt ein bisschen mehr Munition ist daher zufällig am kräften grunt grunt du kräftst natürlich nicht wir können es mit einer Kapsel 300 Treibstoffe in die Max schicken und dann darauf mörsern es ist macht doch nichts also wir machen noch kein Feuerschaden nein wir mörsern die ist einfach weg dann sollen die ganz normal kommen ok das macht keinen Sinn nimm lieber die Waffe und chill lieber zu Hause du kannst aber die Türen hier doch nochmal zu machen okay ab nach Hause so das UPSI macht nicht wirklich Schaden an denen Philipp das ist Verschwendung dann lieber da raus Mörsern Munition herstellen ich möchte das Schiff kaputt wenn das Schiff kaputt ist kommen die eh noch zwei Hits und dann kann ich die hier vorne aufhalten das ist ein bisschen ich weiß nicht ob ich sie durch die Fallen laufen lassen soll oder ob ich sie so töten kann schaffe ich so 29 Cypher zu besiegen wahrscheinlich ja mit EMP viele verletzt ich will halt ungern dass die alle meine Fallen kaputt machen immer noch mal die Türen offen äh auf ich lass die nicht durch die Fallen laufen ich versuche die so zu besiegen ähm aber die Steine müssen ganz dringend hier weg die müssen ganz dringend hier weg lass die mal drop die hier on the floor ok hatte ich noch ein Mörserrohr Chat irgendwo ich glaube nicht oder ich muss gucken dass ich auf jeden Fall noch Mörserrohr organisiere so magst du Kämpfe vielleicht nicht im Hauptlager lagern sondern in den Regalen im Floor oder so du weißt schon ah ich hab keine Angst vor Upsis aber wenn es dir damit besser geht Mac mach ich extra für dich ein Löschschaumwerfer in diesen Raum und ein ins Wohnzimmer und ein in die Killbox ok wait warum nimmst du deine Waffe nicht ich hab dir das Zehnmal gesagt ok so wir haben schon wieder sieben Schuss wertlos zu ballern Zinsero du kannst gut ballern let's go Kompromiss perfekt einfach dahin schießen ok wie viele kann ich überhaupt noch schießen 6 oh ich kann nur 6 mal schießen ich kann nur 6 mal schießen ok Mirialia hallo hallo scheiße sind nur noch 4 Schüsse ok ich glaube ich muss das Schiff jetzt langsam wirklich triggern ich probier's mal jemand verhungert Starvation oh ich hab den zu viele Steine machen lassen tut mir leid Kumpel hattest du nicht noch ein Rohr? ey grad nicht glaube ich wir hätten glaube ich eins kaufen können eben oh 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 das Ding auch nicht treffen kann ist scheiße hm ich glaube ich hab keins mehr ich dachte 50 reichen aber früher 50 reichen anscheinend nicht mehr äh ich hab keins mehr fuck reinforce barrel hab ich nicht mehr ah die sind jetzt ja nervig ok die Stimmung ist nicht gut das macht jetzt minus 26 minus 32 minus 31 hm hm wir nächsten Raid warten ja ungern weil die Stimmung unfassbar scheiße ist Standard Mag Tech haben wir erforscht nice ähm gibt es noch was wir was erforschen wollten hier Neural Supercharger und sowas kann man schon mit anfangen weil wir auf Friends Units gehen ok fuck ich muss glaube ich echt mit Matt und so nochmal raus ok hast du einen du hast keinen Jumppack oder leider nicht ich glaube ich habe meine Drogen verkauft ich glaube ich bis jetzt auch keine Drogen mehr ok ich hoffe Matt flippt jetzt nicht sonst kriegen wir gleich ein Problem das wäre uncool ich will kein Problem haben ich probiere es nämlich mit der normalen Waffe jetzt hier ein bisschen zu kiten und dann früher rauszuspringen oh jetzt ist der geflippt so jetzt kommen sie nämlich das ist wow ein Tech Proof Subpersona Core a small AI Core housing a low grade subpersona specialized in teaching technology damit kann ich hier etwas erforschen aber da brauchen wir nicht so ihr könnt beide springen was gut ist fuck hat Matt so ein noch hat er nicht warte mal drop das Matt just das hier rum 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 Ich werde die 100 Jahre so versuchen zu töten, oder? Wauw, keine Ahnung. Oh, G-Right, vielen, vielen Dank für den Gift des Zappanier-Community, der an Knippe ging, das lief von dir, vielen, vielen Dank. Oh, oh. Matt wurde getroffen. Scheiße, ein Zeh abgeschnitten. Andererseits hat er gar keine Zehen mehr. Matt braucht dringend neues Bein. Okay, das macht echt keinen Spaß, gegen die zu kämpfen. Das macht so leider echt gar keinen Spaß, gegen die zu kämpfen. Okay. Okay. immerhin wieder drei weniger haben wir das einfach schiff zu stellen die das nicht so nah ran die nerven dann ganz schön wenn ich versuche an das schiff ran zu kommen oder zu snipen dann kommen die alle gleichzeitig was ein bisschen belastend ist sind noch 25 könnte man die in der gruppe nicht dann oder abknallen die dafür kommen die viel zu viel zu sehr durcheinander okay ja die nächste rüstung bringen gar nicht so viel super schwer damit zu treffen weil die an der angelaufen kommen und sich auch hin und her bewegen hallo mr lte team an 9 ist nicht so einfach den kampf zu machen vor allem ohne die shells wie viele transkomponenten hat wahrscheinlich hergestellt 15 ist der schnell dann gehen wir wieder neue rüstung dann mache ich auch noch mal eine weitere grenadier und eine marine helmet er hat schon 16 crafting das ist sehr sehr gut beides von grant ok hinspringen granat aufschiffen weg sprich das war gar nicht so viel ich meine sind jetzt noch 25 die feuerfalle schicken um sie zu separieren ich kann hier gar nicht gerade irgendwo hinschicken weil die drehen immer um und laufen zu ihrem schiff das ist ja das problem was ich jetzt mache ist sie einfach auch scheiße man ihr meine t-break mein buch draußen sollte ich mal kurz reinholen machen dass die lifter zufällig wie groß ist dein kreis welcher kreis zünde ich einfach an im berg der kreis ich habe keine ahnung wie groß der ist ohne ohne 50 mal 50 ja so Okay. Ist gar nicht so wenige. Anzüge ist gar nicht so verkehrt. Scheiße. Mit Matt ist gefährlich, oder? Direkt weg. Aber das sind doch 11 Megaspiders, 13 Spellopids und 17 von den Kleinen. Hört auf, es geht zu Boden, bitte. 100 Grad. 150 Grad. 200 Grad. 300 Grad. 400 Grad. Oh mein, die machen alles kaputt. 500 Grad. 600 Grad. Ruhig. Oh, ich muss das eigentlich wieder zubauen jetzt. Das ist ja mega nervig, wenn die hier anfangen, Sachen kaputt zu machen. Okay. Nichtsdestotrotz, die da oben sind immer noch da. Oh, scheiße. Okay. Okay. Jetzt regnet es schon wieder. Okay. How are you? Meine Güte. Kein... Okay, kannst du vergessen bei dem Wetter. Ich habe auch echt nicht Glück mit dem Wetter. Wenn es die ganze Zeit regnet, triffst du halt einfach gar nichts. Oh, wow. Oh, wow. 23. Wie soll ich die alle so hinkriegen? Habt ihr ja immer Audio-Stream gesehen, wo da Crack und Retrate kommt? Ey, das war so wild, alter Koben. Das war so, so crazy, ey. Ende kann ich keine Antworten. Ich habe keine Freunde. Das Buch. Ich habe keine Ahnung. Danke. scheiße ich habe sie geschafft idiot scoge so schnell zu nehmen jungen wie sie aber nicht treffen oh scheiße wir haben uns noch vergessen oh nein die roboter mann stress scheiße Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir brauchen Mörser Wir benötigen Mörser Ganz dringend, ganz, ganz dringend Und zwar ganz viele davon Das ist, äh, muss ich dran denken Beim nächsten Tauschgeschäft Dass wir das da auf jeden Fall beherzigen Okay Volle Konzentration Fehler werden nicht mehr geduldet Mit euch kann ich wahrscheinlich Ich muss die Roboter wegschicken Und zwar alles wieder in die Sicherzone Und du bleibst da erstmal stehen Sincero, du versuchst nach Hause zu gehen Und Matt, du versuchst dir abzuknallen Oh Gott, ich bin kurz erschrocken Ach so, nur der Lifter, der gestorben ist So, greifen wir da drittpersonen die Dings an Das sind auch noch genug andere Mechs Ähm, was mache ich gegen Typen, die meine Chars hypnotisieren Äh, sie töten Entgegenlaufen und sie vernichten Okay Kann ich hier vielleicht sogar so in die Feinde locken? No way, das könnte funktionieren Hmm 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 Roll! Steht an die Hand. ich flipp aus mit der eiskalt verarscht an der nase herumgeführt nehme ich gar nicht mehr ernst so kommt noch mal das buch jetzt her bevor es kein buch mehr gibt wie viele existieren denn davon noch 19 ok katie kate hallo jonge 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 chat 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 ich kann nicht mörsern ich habe keine mörserrohre sonst hätte ich schon längst gemörsert sas braucht das rest aber nicht sofort das geht noch vielen dank für die folge bei der wei vielen vielen dank kommt erholt euch einmal kurz dann gehen wir direkt wieder raus der rest wird nicht schlecht hier draußen ein lifter ist leider kaputt gegangen den könnten wir reparieren wir bauen einen raketenwerfer war du kannst keine raketenwerfer bauen kann der regen mal aufhören damit ich die gegner auch mal treffen kann das wird schon echt helfen okay sie werden von den esern angegriffen was haben sie davon der twitch chat hilft mir kurzes vergnügen okay okay let's go scheiße vergesse ich wollte gojos trinken vielleicht jetzt outrun ich hoffe ja so ist besser jungen es dauert 100 millionen jahre sind schon so ein bisschen schneller als matt mit dem film patienten für den bräuchte ein richtiges bein es nervt mich das ja am rechten der hat einfach am rechten ding ist gar nichts mehr ich mache dir jetzt mit bionic leg schnelles rechtes bein damit er sie im kreis dreht aber junge stirb ich glaube es nicht wenn wir nicht sterben mini ganz effektiver mini ganz haben gar nicht so eine hohe armour penetration die waffen die ich schon habe sind schon sehr sehr gut gegen max das okay ist okay ich kann jetzt karten das kein problem ich muss doch focus feier spielen ich weiß viele von ihnen sind auch schon langsam und kaputt alle decheinander muss ich einfach fokuss ich könnte versuchen die jetzt auch das ding zu kaputt zu machen wobei ich weiß ob ich das möchte weil die meiner base jetzt nicht bereit stehen ich muss noch ein paar mehr von den weg jetzt so weg machen das macht keinen sinn das jetzt kaputt zu machen bro ihr könnt ihr da gar nichts treffen also wirklich gar nichts redders hallo mein moin mit so so wirklich nichts nada nichts warum nicht respite weil respite ein dirt moll ist und der kurzsichtig ist mit dem kannst du komplett vergessen irgendwie auf das anzuschießen oh mein gott meine stimmung wird auch noch schlechter was wir echt bei ihnen dass ich noch nicht flippe ist nur dank ihnen zu verdanken ja jetzt gehen sie aber langsam dauern ja 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 let's go ok nee ich hab keinen generator in näher Fabi was geht ab moin moin hallo so ok nice let's go let's go wir haben was wir haben was jetzt brechen wir durch noch 13 und diesen langsam ok die anderen bauen noch nichts komm lass uns mal fokusten auf den hier rot auf den hier wir sind zurück ok ok das problem ist ich muss mich ich habe angst dass gleich irgendwie was schlimmes passiert wenn ich das hier mache und meine fallen stehen halt nicht wirklich also meine fallen habe ich sogar noch aber meine feuerfahrer ist nicht da ok 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 jetzt blamiert mich bitte nicht blamiert mich mal bitte nicht warum nimmst du nicht vier Leute zum ballern weil ich nicht vier Leute hab die ballern können vernünftig dass sich das lohnt die zu nehmen und weil nicht alle ein jump pack haben um im worst case weg zu springen und das alles reagent das kinder äh ich glaube ja ich habe bei denen nicht so viele gute Schützen zumindest auch nicht auf lange Distanz und nicht jeder ist in der Lage weg zu jumpen Madison Papier kann wegjumpen und Sincereau hat ein jump pack oder eine Locust Armor in diesem Fall komm komm der geht down der geht down der geht down stun wir gut gemacht guck mal die sind schon alle langsam da haben wir es er ist nicht mehr vieler er muss sterben nice noch einer weniger Junge was wäre denn der wieso kann Seth nicht jump als Vampir aber Seth kann mit einem Knüppel nicht so gut schießen er kann versuchen ihn zu werfen aber das bringt nicht so viel bei 30 40 max jetzt macht ihr es doch langsam nice werde ich noch silber jahr 200 nice ok jetzt kann ich mal so eine Granate werfen granaten bringer gegen nexel irgendwie nichts so geh nach hause Matt übernimmt den Rest da ist einer noch ok Junge Junge wir alle einzusammenmeln wird auch Spaß sowas Matt hooo wer haben wir es geschafft Beide Kumpel ist das dein scheiße ernst Ich hab genug andere Sorgen. Okay. Gut gemacht. Oh, wie jung war das eine schwere Geburt, das Ding wegzumachen. Schwerer als erwartet. Hätte ich auch gerne anders gemacht. Virtual High. Okay. Huuu. Ab nach Hause. So. Macht wieder aufbauen. Auf, auf, aufbauen. Welche Kartengröße? Ist es die größere von den beiden mittleren? So. Roboter wiederbeleben. Kurz was trinken, was essen und so. Ja. Dich waschen und dann belegbar kurz den Roboter wieder. So. Jetzt wird die Stimmung wieder besser. Perfekt. Das bauen wir jetzt wieder auf. So. Feuerfalle musst du die Wände noch richten. Äh, die hab ich schon in Auftrag gegeben. Müsst halt gebaut werden. Das muss noch erledigt werden. So. Okay. Okay. Junge, Junge, Junge. Chat, das war ja mal hier schon wieder eine. Eine Schose. Sondergleichen. Das hätte ich mir gerne gespart. Seth Deathrest. Ja, ist vielleicht keine schlechte Idee, wenn ich die jetzt mal kurz schicke. Machen wir mal kurz. Steinfallen im Dunkeln aufbauen ist Payne. Das dauert 100 Millionen Jahre. Bididiu. Man wachsen die Kinder wieder. Ähm, wir haben bei Pablo noch 35 Tage. Das ist recht schnell. Also 35 Kindertage. Das ist das wichtigste Kind. Das ist jetzt tough und wird unser tough Vampir. Ich hoffe so sehr auf Nimble und oder Brawler. Also und wäre natürlich insane. Aber das ist zu viel des Guten. Das will ich nicht verlangen. Aber wenn ich eins von den beiden bekomme, bin ich glücklich. Äh, bei Lauren brauchen wir noch zwei Kinderjahre. Und Astrid ist bald in 19 Kindertagen. Hat sie die erste Stufe erreicht. Also heute werden hoffentlich alle Kinder, alle Kinder, äh, erwachsen. Was geil ist. Hm, Mr. Karboom. Hallo mein Moin. Ah, die Feuerfahrer, die kommt heute bestimmt noch ein paar Mal. Bin ich mir recht sicher. Okay. Okay. So. Was brauchen wir? Ähm, die Roboter. Auch, glaube ich, echte zweite Robo Recharge Geschichte. Ich könnte ja echt in den Flur bauen. Vielleicht sogar. Ist das geil so doof. Okay. Hop, 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 hop. Arbeit, 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 Arbeit. Arbeit, 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 Arbeit. Badadabam. Can't you build the traps in the light and move them over? Äh, I could. But I'm too lazy. Yes. I'm very lazy. Herzog, herr, danke dir für den vierten. Vielen, vielen Dank für dein Prime Sub. Das ist lieb von dir. Vielen, vielen Dank. Ja, Chad. Ich werde wahrscheinlich dieses Jahr noch eine Rimworld Challenge machen, wo ich nicht weiß, ob ich sie schaffe. Aber ich verrate euch noch nicht welche. Aber ich habe eine Idee. This will be very big pain in the ass. Challenge. Yes. Also, Hämorrhoiden Challenge. Anomaly durchspielen. Ey. Rude. Anomaly spielen wir schnell durch. Okay. Easy. Anomaly ist viel zu einfach für uns. Wir machen da eine richtige Challenge. Ich weiß, meine Roboter sind alle. So, ich muss jetzt hier. Ich klette sogar jetzt mal kurz. Weil ich etwas reinbaue, was dafür immer bleiben soll. Wobei ich eigentlich überall sogar herankomme, was das Glättern betrifft. So. Nein, nein. Relax, relax. Ich schaffe das alles. 1, 2, Power. Warte mal hier. Wo haben wir denn unter Biotech? Small Mac Recharger. So, die kommt jetzt da hin. Okay. So. Sind die Max auf der Karte jetzt Koloniewert? Ja. Okay. Steine müssten wir jetzt eigentlich vorne kloppen. Eigentlich müsste ich das Ding jetzt fast da mal kurz hinbauen. Und vielleicht die Steine erstmal hier lagern. Clear all stone Blöcke. Machen wir mal auf important. Ich stelle das Ding hier mal kurz um. Und irgendjemand muss ein paar Steine machen. Kumpel, komm her. Scheiß auf Drilling. Kümmer dich mal um Steine. Okay. So. So, okay, okay. Chat, ich habe alles unter Kontrolle. Ich werde diesen Run durchspielen. Ich habe alles unter Kontrolle. Habt Vertrauen. Das Problem ist, ich glaube, ich muss die Feinden pausieren, damit sie die Wände unten machen. Okay. Was wurde aus Tibet? Tibet. Ist doch klar, dass ihr in die Tibet musst. Chat. Anomaly. Monster machen mir keine Angst. Ich habe die ganze Zeit absichtlich verloren. Ich habe absichtlich für den Content verloren, damit das spannend bleibt. Hätte ich richtig gespielt, hätte ich easy durchgespielt. An einem Abend. Ich habe wahrscheinlich am allerersten Abend schon die Höllenpforte geöffnet und alle Monster getötet. Okay. Dazu keiner Zeit. Schwierigkeiten. Was hat das jemals so aus, als wäre ich wirklich ein Bedrängnis gewesen? Nein, nein, nein. Das war das alles Absicht. Ich wünsche auf die nächste Base gespannt. Es wird keine nächste Base geben. Verdammte Scheiße. Tino, danke dir für die 27 Monate. Wird keine nächste Base geben. Tat wieder frech. Tino, muchachos, grandos. Making Advanced Components. Oh, du wirst das Gold holen. Dann bring das mal komplett rein, bitte. äh, wenn du nach Hause läufst, nimm du mal das Serum mit, okay. So. Die Zone von dem Feingang ist witzlos, wenn du Job und Floor hast. Äh, nein. Ist ja nicht. Weil wenn Mechanoiden das Zeug wegtragen, sollen sie es nicht dahin tragen, sondern sollen es dahin tragen. Wenn irgendjemand vorhat, was zu tragen, möchte ich nicht, dass das in der Base landet. Wenn das da liegt, ist okay. Aber ich will es einfach nur nicht weggetragen bekommen, in die falsche Richtung. Deswegen habe ich die Zone gemacht. So. Äh, Matt. Okay, gehen wir kurz was essen. Warum sind die drei Feingang verboten? Weil ich mir gesagt habe, höchste Prio ist gerade, den Feuerfeingang zu bauen. Und dafür brauche ich die Steine. Bevor ich diese Feingang hier aufbaue, was 100 Jahre dauert, versuche ich lieber den Feingang zu reparieren. Das ist mir gerade wichtiger. Weil der Feuergang oder die Feuerfalle, die kann uns schon hart das Leben retten, während drei Steine fallen, uns nicht retten werden. Obviously. trotzdem geht das aufbauen hier recht schnell. Okay. ist das schön, dass wir ein Husky-Wisser werbefreiheit in den VODs vor allem. Okay. Oh, Chat, heute. Oh, ich freue mich gleich, wenn die Kinder erwachsen werden und die krassen Skills kriegen. Ich habe... Oh, ich hoffe so sehr, dass das funktioniert. Dass wir wirklich tough, nimble, brawler, Vampires. Das würde nicht passieren. Also, tough, nimble, brawler werden wir nicht schaffen. Aber nochmal, nimble oder, oder brawler on top wäre so geil. Oh, please. Give me this. Okay. Umbau des Feingangs zu einer Feuerfalle sinnvoll. Nein. Deswegen haben wir es extra nicht gemacht. Macht gar keinen Sinn. Okay. Ist der Roboter eigentlich fertig? Drei Stunden, okay. Passt. Wer würde uns nochmal helfen? Jetzt haben wir zwei Ladestationen. Ist auch gut. Hm, okay. Drennen die Feine aus Stein eigentlich auch? Nee, machen sie nicht. Aber, also warum will ich nicht meine Feuerfalle oder meine... Eumel. Ich erkläre es gleich. Du bist krass. Oh je, mir, nee. Danke dir, Eumel. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Eumel. Die Grüße gehen raus, weil du bist grad so jäh, eh, eh. Uhu, Edo-Pin. 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 Wenn ich, also ich möchte keine Mechanoiden in meiner Feuerfalle haben. Wenn ich aber hier auch eine Feuerfalle draus mache, dann laufen Menschen rein, sie sterben am Feuer, aber machen auch gleichzeitig die Fallen kaputt. Das heißt, ich gewinne nichts. Sie machen einfach nur, die laufen trotzdem durch alle Pfeilen. Die würden aber so oder so sterben. Da habe ich jedes Mal alle kaputten Pfeilen. Und mein Holz abgebrannt. Es rettet mich halt null. Deswegen habe ich beides. Und ich kann das steuern. Ich möchte, dass, ähm, zum Beispiel Menschen in die Feuerfalle laufen. Und anschließend, falls dann direkt ein Mag-Grade oder sowas kommt, kann ich die dann durch die normalen Pfeile laufen lassen. Ist die von Matteo geklaut? Hätte ich die Feuerfalle von Matteo geklaut, dann würde ich warten, bis die Gegner hier in meiner Base drin sind. Und dann würde ich Molotov-Cocktail in meine Base werfen und die gesamte Base abfackeln. Das wäre die Feuerfalle, die Matteo sie gebaut hätte. Ich habe es schon gesehen bei ihm. Wie steuerst du das, äh, indem ich die Türen hier habe? Ich kann hier Türen öffnen und schließen. Wenn ich die Türen, die müssen jetzt zugleich, wenn ich die Türen zu mache, laufen sie durch diesen Feingang, um hier rauszukommen. Wenn ich diese Türen zu mache, dann laufen sie durch den Feuerfeingang. Also ich kann das über diese und diese beiden Türen einfach steuern. Komplett. Deswegen. Ja, jetzt machen wir es. Probieren wir es später noch ausleeranter. Das ist gerade erst mal irrelevant. Hat erst mal nichts mit den, äh, mit den Hebeln zu tun. Prinzip ist das gleiche. Öffnen und schließt du sie über eine Mod oder mit durchlaufen? Aktuell einfach, indem ich sie durchlaufe. Aber es gibt eine Mod, die wir ja installiert haben, dass ich es mit dem Schalter machen kann. Aktuell mache ich es einfach mit durchlaufen. Man kann aber auch, wenn man möchte, einfach einen Roboter abstellen, wo man einfach Zonen wechselt, dass er es für einen öffnet und schließt. Jo, Toren, vielen, vielen lieben Dank für die 21, das ist so lieb. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und deswegen kannst du steuern, ob sie die Menschen lebendig verbrennst oder ob du die Mechanoiden durch den Feingang laufen lässt. Das ist ganz gut. Aber ihr werdet heute die Feuerfalle nochmal im Einsatz sehen. Wir haben sie gerade schon gegen Insekten benutzt, deswegen ist da ein bisschen kaputt. Äh, wohin läufst du? Bleib mal hier und reparier das hier mal bitte jetzt. Mal final, das nervt es uns. Und dann läufst du nach da hin. Und dann machst du das. Und das. Und dann das. Und dann bist du fertig. Gut gemacht, Matt. Oh nice, guck mal hier. SAS haben wir jetzt auch schon Deathrest. Aber muss auch noch ein bisschen drinbleiben. Perfekt. Oh, Chat! Das wird der Run. Dann, äh, was wir noch machen müssen, ist, wir müssen Mörser organisieren. Und ich muss mal, ähm, ein bisschen mehr Devil's Tread anpflanzen. Oh, scheiße, wie viel Plasch da habe ich jetzt eigentlich schon. Muss auch passen, ich nicht viel zu viel Plasch da ist, äh, hier Budde. Mach mal kurze Pause. 300 Plasch da reicht. Wir müssen nicht alles rausholen. Das ist so geil, dass wir Plasch da gescannt haben. Ich glaub gar nicht, wie geil das ist. Mir wird Feuer gelegt. Ich werfe ein Molotow-Cocktail auf die Holzbarrikaden hier. Okay. Weingang ist zu. Jetzt können wir hier weitermachen. Okay. Perfekt. Und jetzt machen wir den Fallgang ja nochmal fertig. Ähm. Okay. Mach da noch ein paar Steine. Lalalala. Lalalala. Mhm. Ne, du, Peter. Jetzt hab ich den Ohrwurm. Okay. So, Kinder. Wie sieht's aus? Pablo. Bald. Okay. Hier haben wir nur noch einen Tag bei Astrid. Astrid, Growth Tier. Acht sollte passen. Nice. Aber so geil, ey. Wir haben die ganzen hohen Growth Tiers immer. Neues Bein für Matt. Das ist fertig geworden, oder? Ja, ist es. Äh. Right. Right, right. Operation. Install. Bionic. Leg. Right leg. Medizinus. Gutus. Medizinbett. Exzellent. Matt. Ab ins Bett. Dani. Operier mal. Matt kriegt jetzt mal richtiges Bein. Du könntest unten noch eine zweite Feuerkammer bauen und dann hast du mehr Zeit, dir eine Kammer wieder aufzubauen. Ja, aber das braucht man nicht unbedingt. Also kann man, dass du dann halt eine Doppelfeuerfalle hast, aber na. Boah, auch noch machen. Ah, ein Ohr kriegt er später. Das ist grad nicht so wichtig. So, jetzt hat er erstmal wieder sein gutes Bein. Kann schneller laufen. Ich würde ihm, glaub ich, gerne noch ein anderes Bein geben, damit er noch schneller laufen kann. Und damit meine ich nicht die Love Enhancer. Und droppt eine Komponente, wenn ein Gegner im Feingang ein Teil mit Maschinenresten kaputt macht. Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Meinst du, Maschinenrest ist so ein Ding hier? Eumel, das ist lieb von dir. Die Komponenten hier abzubauen. Aber wir können Komponenten auch herstellen. Mauerteilen, Fels. Achso, wenn die Gegner so ein Komponententeil kaputt machen. Ich glaube, da kommt keine Komponente raus, wenn die kaputt geht. Aber ich bin mir nicht sicher. Wie kann ich denn in Rimmel Medizin erwähnen, wenn ich Medizin auf Null habe? Am Anfang alles, was geht, verarzten. Tiere verarzten. Leute, die dich angreifen und die am Boden liegen, verarzten. Also auch Gegner. Alles mögliche, einfach verarzten. Verarzten, verarzten, verarzten. Oder Bücher, neuerdings. Neuerdings gibt es sogar Bücher. Was sogar ziemlich strong ist. Früher hat es sogar nicht die Möglichkeit gehabt. Ich muss kurz nachdenken, was du damit meinst. Ich habe gerade überlegt, ob ich mir nicht doch Rimmel zulege. Aber mal eben, 100 Euro ist mir doch zu happig. Hoffentlich kommt irgendwann ein Sale. Stargott, du brauchst gar nicht alle DLCs am Anfang. Ich würde dir empfehlen, spiele am Anfang komplett ohne DLCs. In der Basisversion. Du hast trotzdem schon tausende von Stunden geilen Content. Und vor allem auch tausende von Mods. Man kann es später immer weitergehen. Das lohnt sich hundertprozentig. Auch schon die Basisversion. Zum Beispiel die Rimmel-N-Chip spielen wir, wenn die stattfindet, auch immer ohne die DLCs. Du musst nicht alle DLCs haben. Ich finde das sogar kontraproduktiv, wenn du alle DLCs dir am Anfang so ist als Anfänger, weil es dann doch eher sogar überfordert ist, weil es einfach zu viel Content ist. Es werden unten keine Pilze angepflanzt. Ähm, ja, es pflanzt gerade keiner überhaupt irgendwas an, weil Matt mit anderen Dingen beschäftigt ist. Ich lasse ihn wieder anpflanzen. Und mein Agrar-Roboter, der war am Aufladen. Was ist denn die Rimmel-Chip? Die Rimmel-Chip ist ein Rimmel-Turnier, wo Streamer gegeneinander antreten. Meteorit aus Jade. Das ist unser Swimming Pool-Chat. Hedos Rudergerät. Wie Eumel befiehlt. Danke für den Prime-Sub im 12. Vielen, vielen lieben Dank. Oh ja, das erste ist, glaube ich, jetzt komplett... Ich weiß nicht, ob ich bei dem ich anklicken kann, dass der fertig ist mit Death Rest. So. Rufe noch den Macboss Stufe 2. Ja, machen wir gleich. Ja, das machen wir auch noch, Akanchi. Äh, die Streamer müssen... Die Rimmel-Chips sind immer unterschiedlich. Es kommt nochmal an, was sich ausgedacht wird. Oft geht es darum, wer in einer bestimmten Zeit den höchsten Koloniewert erreicht. Mit dem ein oder anderen Hindernis. Aber sehr spannend immer. Ich freue mich. Es gibt Turniere in Rimmel-Chip? Ja, die Rimmel-Chip. Es ist so im deutschsprachigen Raum ein Turnier, was organisiert wird. Unter anderem von Tiduin, der hier gerade war. Twix, danke dir für den sechsten Monat. Vielen, vielen lieben Dank. 800 Stunden Rimmel-Basic und immer noch Spaß. Wie gesagt, du kannst Rimmel-Basic ohne DLCs schon tausende von Stunden spielen. Deswegen, ich würde mich da gar nicht verrückt machen. Eine gute... Warum ist das so eine gute Amor geworden? Naja, komm, will ich nicht meckern. Wir holen uns jetzt die Rüstung für alle. Okay, Antarktiker, hallo, hallo. Und dann machen wir noch ein paar gute Waffen. Machen wir noch ein paar Charge Rifles. Machen wir noch ein paar Charge Rifles. Mit deinem 16 Crafting, okay. Vanilla Extended sind alleine schon die halbe DLCs. Ja, ja, definitiv. Da war es schon wieder, ich will nicht meckern. Ja, true. True. Ruhe nutzt und Vampire zeitversetzt, Deathresten zu lassen. Ja, aber nicht, wenn die halb fertig sind. Warum lässt du die Türen aus der Base eigentlich offen? Damit die Gegner was zum Angreifen haben. Sonst kommen sie nicht hier hin. Deswegen lasse ich das, das und das hier offen. Damit sie... Weil wenn die Türen zu sind, haben sie kein Ziel, kein Teil. Target und dann fangen sie an, die Wände anzugreifen. Und das ist natürlich ja nicht gut. Wann beschwörst du deinen ersten eigenen Monster für die Kämpfe? Ich hoffe bald. Wir brauchen dafür die Monolithen. Habe 57 Stunden noch nie das Ende gespielt. Ja, ist halt crazy. Rimmit hat ganz auf unterschiedliche Art und Weise spielen, hat unendlich viel Content. Rimmit ist große Liebe einfach. Ich könnte schon... Ich habe schon bessere Max erforscht sogar. Oh, nice. Astrid. Astrid wird jetzt 7. Und dadurch haben wir ja mit dem höchsten Growth Tier Ich weiß gar nicht, in welche Richtung wir Astrid ausbilden wollen. Ach, schauen wir einfach, was sie bekommt. Also, auf jeden Fall Shooting ist schon nice. Okay, das Beste ist wahrscheinlich Quick Sleeper, oder? Also, der Rest ist ja mal komplette Katastrophe. No Trade ist eine Katastrophe. Chemical Interest ist eine Katastrophe. Slothful ist eine Katastrophe. Jealous ist eine Katastrophe. Neurotisch ist okay. Aber ich glaube, Quick Sleeper ist besser als Neurotisch. Quick Sleeper ist ein ziemlich leichter Trade hier. Alter, sind das scheiß Trades. Holy Shit. Das ist sehr unlucky. Und dann mache ich, glaube ich, Plans. Shooting Plans und Medizin, glaube ich. Bei Plans haben wir gerade echt ein bisschen Probleme. Ich brauche jemanden, der noch Plans macht. Spielst du wieder Hades 2? Weiß ich noch nicht. Vielleicht irgendwann mal. Hades 2 ist halt so ein Spiel, was so viel Zeit braucht. Aber generell ein sehr geiles Spiel. Wie bekomme ich am besten meinen Berg warm? Heizung. Und vielleicht Generatoren. Die geben auch sehr viel Wärme. Ja, ich hoffe, dass wir gleich bei Pablo gute Trades kriegen. Das ist viel, viel wichtiger. Stupsmann. Hallo, mein Mann. Moin. Zwei prägnanten Sätze auf dem Stand. Das neue DLC ist super schwer. Stupsmann. Aber mega geil. Super viele neue Gefahren. Super viele neue Kämpfe. Du musst ein bisschen adaptieren. Und ist viel halt im Horror-Modus. Und die Art der Angriffe und Raids sind anders. Die Gefahren sind andere. Und das macht das sehr reizvoll und schön. Hast du jemanden für Kunst? Ne, dadurch, dass wir in Human sind, haben wir gar keine Kunst. Ich meine, die drei Türen bei deinem alten einen Ausgang. Diese hier meinst du? Ja, kann ich zumachen. Wir sind ein bisschen verlangsamt. Das sind auch Outdoors. Ja, hast recht. Ich kann hier nicht auflassen. Ja, guter Punkt. Ist natürlich trotzdem, glaube ich, ein bisschen verlangsamt. Aber es macht schon Sinn, nicht zuzumachen. Bei mir ist zwei, drei Sätze. Ich war ja nie gut, mich kurz zu fassen. Ja, ich will auch Gula ausprobieren. Also ich freue mich, wenn wir wieder neuen Content machen, Chat. Ich bin jetzt ein bisschen langsam hier am Content machen. Nur ein normaler Marine-Helm. Junge, du bist ja immer schlechter, Grunt. Was ist denn da los? 16 Crafting. So, immerhin haben meine Erwachsenen jetzt alle schon mal gute Rüstung. Okay. So. Ich habe versucht, mit deinem Code das Probierpack bei Holi zu bestellen, aber da steht, dass der Code für das Paket nicht angewendet werden kann. Und bei dem anderen, da gerade reduziert ist auf 15, kann ich den Code zwar anwenden, aber dann geht der Preis auf 19 hoch und dann kann ich den Rabatt bekommen. Aber ich spreche noch ein Euro. Das ist interessant. Warte mal. Ich checke das mal ganz schnell. Ich mache das mal eine Sekunde, geht sofort weiter. Ich probiere das mal hier. in den Warenkorb. In den Warenkorb. Zur Kasse. So, wie ist mein eigener Code? Ausrufezeichen Holi. Der ist doch EOP5, oder? Für 5 Euro. Den werden wir jetzt noch benutzen, oder? Der Rabattcode EOP5 ist für die Artikel in deinem Warenkorb nicht gültig. Jo, warum nicht? Geht dann der andere? Warte mal. Starcrafter, gute Nacht. Waren die 5 Euro nicht nur für Neukunden? Stimmt. Muss Erstbestellung sein. Ja. EOP5 ist Neukunden. Hahaha. Ist, glaube ich, nur für Erstbestellung. Ja, ja, ja. Das ist die Frage. Du hast, ihr habt vollkommen recht. Habe ich sofort gar nicht drüber nachgedacht. Nur für Erstbestellung. Also, wenn du Neukunde bist. True. True, 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 true. Ist auch mal eine Erstbestellung. Dann ist das ein Problem. Ich poste das mal sofort. Ich poste das mal sofort. Kurz im Discord. Und dann kann das vielleicht jemand lösen. Und dann kann das, wenn du Neukauknebend Buchstaben schlossen hast. Und... Und... Da, 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 da... ich frag einfach du hast ja kein problem ich frag einfach und dann finden wir es raus also wir werden wahrscheinlich nicht sofort eine Antwort bekommen weil natürlich es ist 21 Uhr abends und die Leute wollen auch Feierabend machen was auch komplett das ist ja auch komplett mehr als fein komplett mehr als fein aber ich hab bestimmt morgen eine Antwort für euch so sorry dass das da Probleme bereitet aber das kriegen wir alles gelöst so weiter geht's was researchen wir als nächstes Chat Autocannon Turrets ich mach mal ein Geschütz vielleicht bauen wir sogar welche ich mach mal ein bisschen Research weiter so bauen wir uns einen was ist ein Devastor den kenn ich nicht da 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 ne der Code der wird erkannt aber der wird irgendwer nicht akzeptiert das ist aber ich hab aber mal gefragt wir finden es raus wir finden es raus ich werd dann schon eine richtige Antwort haben Distress Signal ha 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 irgendwann müssen wir da mal hingehen aber nicht jetzt was waren ja es sind verschiedene es gibt ne ne es gibt Edop 5 und Edop da sind ja verschiedene Kurztagkräfte einer wo du 5 Euro für die Erstbestellung bekommst und einer wo du äh wo du 10% bekommst genau okay war ein richtiges Badezimmer mhm wenn der Feingang fertig ist ich glaub die werden trotzdem verlangsamt bis in den Türen aber nur ein bisschen das ist okay aber generell werden die halt in den Türen verlangsamt egal wie die sind so hier fehlt noch eine Mauer guck mal Chat langsam wird das alles hier richtig vor man mhm der Bart der Bart ist einfach nur komplett gewuchert der sollte eigentlich schon lange ab aber ich bin zu lazy ich hoffe dir geht's gut Stups man komm heute auf Base 5 auf gar keinen Fall das ist jetzt die Base oh guck mal wie weit der noch oh wir haben gleich mit Raspiside die nächste Stufe am Animatree mega nice und hier oben können wir dann auch die Wände wieder gerade ziehen oder ja dann haben wir schon mal wieder anfangen so immer noch nichts angebaut ja ich muss ein bisschen aufpassen dass wir wieder langsam anfangen anzubauen weil sonst hungern wir bald wir kümmern sich grad noch ein bisschen um die Medizin oben aber ich glaub gleich geht's wieder weiter es dauert halt super also die arbeiten die bauen auch an aber die arbeiten so langsam dass die nicht hinterher kommen Sir Hachi hallo hallo der Todesstern im Bau ja true die wächst und das ist ein Grund dass oben keine Tür ist äh hier sind Türen vier Stück aber wir sind offen oder meinst du hier oben dass wir rausgehen hm will ich gar nicht das ist eine Doppelwende nein das ist eine Dreifachwende ist was ganz anderes hast du eigentlich schon den Lemon Hydro von Holi gecoastet Scheinheit ist auch schon für den äh ich glaub dir noch nicht nein aber klingt nice müssen wir mal ordern ich hab immer noch den äh den Pink Grapefruit den ich mal viel trinke nur Steel und Wood Autodoss haben keine Verlangsamung Stone haben Verlangsamung okay ja ja bisschen langsamer sind ja aber es ist okay mein Tipp ist dass die Base stirbt weil oben Breacher reinkommen ich hoffe nicht wir haben es nicht recht behalten so wir brauchen auf jeden Fall bald auch einen zweiten Scanner äh wie lange noch Pablo ah gleich Chat oh mein Gott bitte 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 er schafft auch Growth Tier 8 drückt die Daumen bitte ich habe eine Woche nachdem ich das Probierpaket bekommen habe direkt drei so große Bottiche bestellt da das echt mega lecker ist und ich vorher ein bisschen Softdrink süchtig war ja dann lieber das weil dann hast du äh kein Zucker drin Schranzel lass dir schmecken ich trinke auch super viel Holi hast du schon die Hebel für die Autodoss erforscht ja noch nicht gebaut bekommt jeder später sein eigenes Zimmer ja das ist der Plan wir wollen hier noch weiter expandieren wie ihr seht werden wir auch gleich tun aber ich lasse dir gerade noch ein bisschen arbeiten ich muss auch für Matt dann die Mechanitor Sachen bauen Chat den anderen Helm und so aber der hat nicht so gute Verteidigung oder und der muss ich erst mal forschen ich brauche hier warte mal Standard Mag Tech warum kann ich den Mag Commander Helm mit nicht bauen aber ich hätte lieber den Mag Lord ok ok ich hole ihn damit Süßstoff statt Zucker also ja so natürlich so Süßungsersatz gibt da verschiedene ähm hole ich jetzt die Gegner Diabolus ja warte mal ist Diabolus der richtige wie viele Kolonisten strebst du an weiß ich noch gar nicht will gar nicht so viele Kolonisten haben weil ich will ein Mix aus Kolonisten aus Robotern und aus Ghulen haben da hab ich Bock drauf deswegen will ich gar nicht so sehr den Fokus auf nur ganz viele Kolonisten ich will so einen coolen Mix haben aus verschiedenen Verteidigungsmöglichkeiten Diabolus ist der erste aber warum kann ich nur den Diabolus holen was fehlt mir denn weil ich brauche ja den Power Focus Chip den Signal Chip haben wir schon gelernt hier ach still ich brauche die Antenne um ihn zu rufen oh ich bin so doof ihr habt recht wir brauchen doch die das Ding hier MagBend Antenne und wenn ich sie benutze dann geht sie kaputt was ist denn der Koloniewert von einem Kolonisten weil die Maschinen werden noch schon was wert sein er kommt auf den Kolonisten an wie gut der Kolonist ist wie viele Bionics er hat was er für Rüstung und Waffen trägt und so sagen wir das sind nur Diabolus genau ich brauche hier da steht auch ich brauche die Antenne für die War Queen ja wir holen die War Queen ja wir versuchen jetzt mal alles zu erforschen probieren wir mal let's go let's do this hoch mein Schiff hat weg so und jetzt können wir glaube ich das gar mit Matt War Queen können wir jetzt holen ähm machen wir das jetzt ich meine raus noch mal alles erledigt nein soll mal kurz die PZN anpflanzen dann holen wir sie damit schon ein bisschen bis der Essen wieder wächst noch ein Tag Chat ein Tag noch darf ich sagen wie viele du für das Ende anpeilen solltest nein ich will gar keine Spoiler haben auf gar keinen Fall ich will keine Tipps nichts was das Ende anbetrifft nichts was mich spoilert das muss ich schon selber rausfinden das macht es ja viel zu leichter ich mag ja kein leicht Start war die Monolithen heute ich glaube ja ich glaube spätestens zum Ende des Streams werden wir Monolithen zurückholen und dann passiert der wilde Scheiß vielleicht schon vorher aber ich will warten zumindest dass Pablo erwachsen wird Charge Rifle warum denn nur eine gute Qualität das sind Krankenbett das ist ein kleines Krankenhaus das ist auch eine gute Frage Monsterlisten zeigen diese wo alle zu sehen sind kann ich gerade nicht weil ich den Monolith nicht da habe da ist noch eine exzellente Charge Rifle immerhin so was hast du für eine du hast eine gute du hast auch eine gute Grunt du bist eigentlich mal Nahkämpfer ich nehme den Knüppel ich habe zu viele Nahkämpfer habe ich das Gefühl oder irgendwie ich habe es ja noch vier Schützen ich habe gleich drei Nahkämpfer ich liebe das Ideas geht es geil lieber die Monolithen früher starten dann bekommen mehr Leute den Umzug mit hast du Ventilator ja hier ist der Ventilator oben der sich dreht zwei Stück Grunt hat noch sieben Shooting ich weiß aber ich habe den ich habe den extra ausgebildet für Nahkämpfer mit Doppelflamme äh steriler Boden hilft im Krankenhaus aber ist erstmal nicht so wichtig dann gute Ärzte das können wir später noch schöner und größer machen so okay dann machen wir jetzt schon mal die Waffe für äh die Rüstung Marine Helmet warte was für eine will ich dem geben äh eine Locust ich weiß nicht eigentlich ist für Nahkämpfer eine Locust Rüstung ja nice weil der Nahkämpfer dann auch Jumppack mit Shield Belt tragen kann aber auf der anderen Seite hat sie natürlich weniger Rüstungswerte hattest du nicht ein Melee Buch ich weiß gar nicht was für Bücher wir hier drin haben wir haben hier ein Buch für ja Nahkämpfer bis Level 10 und Shooting Buch haben wir auch bis Level 12 okay ähm komm ich mach ne Grenadier Rüstung mach ne starke Rüstung ich will dass er gut tankt wir kämpfen im Berg dann soll er lieber gut tanken welche Kolonisten sind alles Kinder von Matt äh Sass ist ein Kind von Matt Sincero ist ein Kind Grant Pablo Lauren und Astrid also von den neun Kolonisten sind sechs Kinder von Matt okay danke Eumel für die Ausführung Promne danke für die 26 okay ja Matt hat viele Kinder gemacht Bulk Good Traders ist eigentlich nice für uns ähm wo ist Dani oh nein der hat wieder einen Social Wert verloren warte mal oh es ist doch so schon unmöglich hoch zu halten ey wenn ich Reduce Resistance bei allen mache kann ich zumindest wieder Social Level Ah ist ne Katastrophe das nervt ein bisschen die Social die verliert halt die ganze Zeit mehr als Level 1 Social werden wir aber nicht halten können das ist einfach so ist okay ähm ich glaube ich kann nichts verkaufen oder haben die Rohre Chat ich besitze halt gerade nichts sind sehr sehr pleite stimmt ich kann meine Pilze verkaufen noch 3000 aber es sollte trotzdem aufpassen ich habe gerade nicht so viel Essen angepflanzt aber was haben die denn dabei was ich brauche leider nichts oder wir haben keine Ruhe dabei wenn ich 3000 Pilze verkaufe bleiben nur noch 700 über 700 Pilze sind 70 Mahlzeiten bei 14 bei 13 Leuten die essen ich verkaufe mal nur 2500 Pilze na gute Medizin haben wir glaube ich sogar noch 18 die beiden was Geld erstmal die 1300 die brauchen wir für die Mörserrohre dann so die Pilze haben wir jetzt zum Teil angepflanzt aber nicht ganz wenn Med alle Pilze angepflanzt hat und das Devil Strand endlich mal angepflanzt hat dann oh der kommt einfach nie hinterher alleine hast du jetzt hier die 20 schon geschafft? hä? Anima Gra 17 oh no das war gerade bei 19 die haben es weg gemacht geht weg vom Anima Tree 16 16 Gras warum verschwindet das Gras? hä? ja genau nichts mehr anpflanzen reicht jetzt hier lass mich in Ruhe verdammt sagst du jetzt habe ich mir doch alle DLCs gekauft scheiße aber es lohnt sich Rimwet ist so ein wundervolles Spiel diese Bots haben die kaputt gemacht ich dachte das Gras wächst nicht auf die Growing Zone drauf von dem Ding hier naja was soll's müssen wir nochmal neu aufbauen den dauert es schon auch immer so lange bringt es jetzt echt so Einzelsteine hin die machen mich manchmal nicht fertig so okay also einen Tag noch oh mein Gott Chat es geht los Pablo wird jetzt nicht sehen einen Kindertag noch und der hat Lust die 8 bitte 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 und das ist soweit oh bitte Brawler oder Nimble das wird der krasseste Nahkämpfer ever bitte Brawler oder Nimble bitte Brawler oder Nimble bitte Brawler oder Nimble bitte bitte jo Nahkampf Doppelflamme schon mal okay Nahkampf Doppelflamme tough Vampir das ist schon insane geil Mining und Intellekt perfekt schon perfekt mehr soll er gar nicht mehr Flammen brauchen wir nicht und jetzt bitte 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 Nahkampf gib mir Brawler oder Nimble Psychopath ist das Erste Nah Chemical Fascination ist das Zweite fühl ich nicht Kannibale Dritte äh Volatile Nein Net Nein Fuck Okay also wir schaffen auf jeden Fall schon nicht tough Nimble und Brawler was machen wir nehmen wir Psychopath oder Kind Das ist kein sinnvoller bei den Jungen wahrscheinlich nicht was kann die ball wird er glücklich sein singapart kriegt nur Mut durch feste aber wir essen ja so gut wie kein menschenfleisch das verbrennen wir ja was dann fokus ändern können nö ist ein anderer charakter der da meditiert nur rest beseit kann da meditieren psychos wegen in human auch egal ja ist richtig keines mit den jungen egal ist es wirklich egal oder ist sein aus flip geschichte positiv wenn er kein ist dann geht er doch nicht berserk oder volatil ist dass er schneller ausflippt aber es hat psycho für einen vorteil ich glaube dass kein dafür sorgt dass wenn er ausflippt nicht unbedingt in kampf geht oder wo das ist egal ist kein mit brawler kompatibel weiß ich nicht ist kein mit brawler kompatibel weiß ich nicht ist es okay wir nehmen kein schade immerhin doppelflammen alle richtig da müssen wir hoffen dass jetzt im nächsten pablo er wird trotzdem vampire kind also so stark ist aber ich muss hoffen dass er dann im nächsten vielleicht noch brawler oder noch nimbel bekommt ich finde zeitig ist extrem blöd wenn man so viel in kinder steckt und so viele schlechte trades bekommt das ist insane oder heißt man man dann ist wird sammeln gekriegt pablo man biale hey kinder sind super stark philipp kinder sind viel zu stark so okay so weiter geht's strom haben war batterien sind voll essen ist ein bisschen wenig werden verkauft das ist klar sonst ich glaube ich brauche den charakter hier nicht ich mache jetzt mal hier ein paar holzbeine dran und dann mache ich sie wieder ab weil ich glaube das nervt uns nur solch im dlc gehören die kinder das war im letzten also im vorletzten dlc im biotech waren da kamen die kinder dazu so fallen aufstellen okay wir holen gleich den so hier mit macht selbst die operation ob das ne kluge idee war ok die erste hat geklappt könnte man da lieber gene zu nacheimit machen ok alles aner weiß ich bescheid gut gemacht und jetzt könnt ihr wieder die beine abnehmen und dann haben wir wieder die kinder kommen durch die version des dlc nicht durch die dlc selbst ist das so sicher eine rüstungsfertig geworden exzellente brand brauchst du sobald eine neue ich kann auch meine machen haben wir noch genug advanced components ich glaube nämlich fünf haben wir noch und normale noch sechs machen wir noch mal zehn normale zehn davon ok hast jetzt doch dagegen entschieden sie aufzunehmen ja wow bian hat wieder hier herzinfarkt man gebe ich dir mein gutes herz beim gefangenen chat man weiß dass er mir stirbt ich brauch sein blut ok oder wir machen wir wieder operationen daneben auch nicht schlecht ist dann üben wir nämlich medical kinder nur mit dlc ohne bei hat er keine kinder ja ja genau zwar nicht basis content so raid breach viele ok scheiße ok 40 brennende imps bei regen die sich durchbuddeln wollen es wird schon wieder ein unangenehmer kampf max rufen die max greifen nicht so schnell an dass sich das lohnt das ist nicht so dass du die miteinander betest 40 ist viel breacher sie ist breach die heißen sie die heißen sie ist es eth das ist ja klar ich lese auch jedes was sieht ich lese jedes was sieht aber sind bridge ok es könnte nervig werden ja die feuerfalle macht keinen sinn weil es breacher sind feuerfalle funktioniert gegen die leider nicht sonst wäre es ja easy die für die erkennen feine können auch feine ausweichen sowas ja aber nicht ein so gut sind sie dann doch nicht rot einer weg laser blume tod noch einer tod ah nice oh jetzt los aua jo da wird schon feuer speien nice tot tot die sind doof tot 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 wird raus aus dem feuer tot ist das so viele alter wir haben brandpfeiler ja die haben den bogen mit brandpfeiern das ist ein bisschen nervig ist gegen meine vampire weil die dann immer panik kriegen oh scheiße habe ich ein bisschen viele gezwäckert gerade oh matt fliegt oh mein gott war das jetzt so okay hier geht mal bitte alle raus dass wir doch ein bisschen zu nah das war close ganz schön viele feile jo matt ich danke dir für die 29 habe ich erschrocken was ist das cargo pots aber es kam keine cargo pots oder kommt noch was doch da drogen viele drogen die sind ganz schön doof die gegner auch ich kann du 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 Auto keine Turtles erforscht. Woher laufen die eigentlich hin? Die wollen jetzt unten durchbrechen. Ich fühl mich langsam stark. Das ist der Moment, wo ich wahrscheinlich gleich sterben werde. Also gerade fühl ich mich stark. Ich liebe es, wenn ich voll mit Power Armor und Laser Waffen auf Ureinwohner schießen kann. Ich fühl mich richtig überlegen. Das macht am meisten Spaß. Inspired Trait. Das ist Geschichte. Das ist Geschichte. Ich glaube, was noch mehr Spaß machen würde, wäre dann einfach alle mit Pocken zu infizieren und zu gucken, wie sie sterben, weil ihr Immunsystem die Krankheit nicht kennt. Ich weiß natürlich nur ironisch gemeint, nicht, dass jemand denkt, dass das wirklich so ist. Aber das ist auch Geschichte. Leider Gottes. Ähm. Brauche ich noch weitere Blutbeutel? Erstmal nicht. Es reicht erstmal. Ja, in der Geschichte sehr viel Scheiß passiert, Chat. Sehr, sehr viel Scheiß passiert. Wir sind die Bösen, wir sind die Guten. Wir waren schon immer die Guten. Ja, wir machen gleich, wir holen die Warqueen auch gleich. Ja, ein Herz hätte man eben können. Das ist egal. Erstmal nicht. Das passt schon. Alter, das war gut. War gut. So, Evigila. Gruß aus dem Watt. Watt sein 10 zur Wattstelle. Nur weil es da im Stream oder im Klammer war. Ah, okay. Das ist gut zu wissen. Danke dir für den 27. Viel, viel lieb. Du könntest ein Herz besorgen. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ja, die dürfen wieder raus. Äh. Die dürfen alle wieder raus. Und die dürfen alle raus, bis auf die Kinder. Die bleiben in der Sicherheitszone. Hat das Kind den Magen? Ja, hat das. Hat das. Hat das. So, Chat. Ich hole mir nochmal was zu trinken. Und dann. Granalpunkte-Wette ist sowieso jetzt vielleicht durch. Oh, warte mal. Dann kriegt ihr. Na, ich warte noch. Die 4 Minuten. Dann kriegt ihr neue Kanalpunkte-Wette. Und deren ihre Kanalpunkte setzt. Warte mal, ne. Die geht bis 22.30 Uhr. Hat gar keinen Sinn. Du musst trinken. Bis gleich. Die Wette läuft doch noch eine Stunde. Oh, Chat. Es wird so spannend, wenn wir die Monolithen wieder starten. Wenn da eine riesige Fleischmasse sich über die gesamte Map zu uns hin expandiert. Wenn irgendwas aus der Welt unter uns herauskriecht. wenn irgendwelche komischen Monolithen landen. Oberlisken. Was weiß ich was. Das wird auf jeden Fall crazy. I love it. So. Hast du eine Gatling? No. Was weiß ich was. Was weiß ich was. Die sind tot. Oh, das Wetter ist sogar schön geworden. So. Hier wächst der Rasen weiter. Okay. Perfekt. Gut. Consentration. Chat. Consentration. Okay. Der Würfel. Ach, scheiß Würfel. So, warte mal. Fein stehen. Fast alle sogar hier. Wow. Steine haben wir gemacht. Ich glaube mehr Feingang brauche ich nicht. Da sind 58 Steinen fallen gleich. Will ich wirklich noch die beiden bauen mit für über 100 Feilen? Oder scheiß ich drauf. 100. Oh mein Gott. 125. Kacko noch nie wett. Jetzt wird es gefährlich. Ah. Ist nicht gut. Und ich habe echt nicht so viele Leute. Ähm. Okay. Ich mache mal folgendes. Chat. Ich weiß nicht wie ich das so geschlau hier mache. Ich baue mal ein paar Geschütztürme. Können die Energiezählen defekt werden? Ne. Gott sei Dank nicht. Ich baue mal ein paar Geschütztürme sogar. Okay. Ich krieg 6 Geschütztürme. Deine Granatwerfer steht noch etwas schlecht. Äh. Na die stehen hier unten halt. Ist ein bisschen gefährlich. Aber. Glaube ich okay. Okay. Aber ja. Ist auch nicht ungefährlich. Außer schauen wir es dann machen bei größeren Rates. Die Menschen haut es gar nicht so schlecht für uns eigentlich. Okay. 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 So. Auf was warten wir jetzt? Was ist jetzt das wichtigste für uns? Jetzt mal ernsthaft. Was brauchen wir? Meine klar. Die Kinder müssen erwachsen werden. Max holen wahrscheinlich. Wir holen jetzt die Max und gehen die Max weiter. Und weiter. Gegenmaßnahme bei zu viel Korniviert ist noch mehr Korniviert. True. Vor meiner Hitzefall hat gerade einer umgedreht und hindert die anderen 13 weitergehen. Das passiert manchmal. Aber der Weg vielleicht zu lang. Ein Gold Pool. Hm. Na komm. Wir rufen jetzt mal die anderen Max. Die Warqueen. Warqueen. Pikeman Cypher. Und die töte ich so ohne meine Feind. Wie sollen hier durchkommen? Da sind sie. So. Die Antenne hat kaputt gemacht. Hat Twitch wieder Probleme? Äh. Also bei mir sieht es gut aus. Ich hoffe bei euch auch. Wer wäre es erstmal mit den Einzelräumen? Ah ne ne. So schlimm sind die erstmal nicht. Okay. Wette. Was ist mit der Wette? Okay. Eine Warqueen. Ich glaube die können wir so besiegen. Die besiegen wir auch so. Man ey Pablo. Du darfst nicht sterben. Pablo du musst alt werden. Ich habe jetzt drei Vampire und Pablo soll einer werden. Kann Matt wieder eigentlich Gene machen? Ja. Ich mache Pablo gleich zum Vampire. Okay. Alles gut. Two Freak. Alles cool. Okay. Sie kommen. Let's go. Boah. Ich habe ein bisschen Schiss, dass mir jetzt Pablo stirbt. Dann weine ich ein bisschen. Aber eigentlich sollte der hier nicht sterben. Ich habe einfach keine Schützen. Langsam wir sind. Was bringt das Summoning der Warqueen? Du kannst immer stärkere Gegner Summonen und dann kriegst du dadurch von denen Technologie mit denen du wiederum weiter im Research gehen kannst. Zum Beispiel brauche ich jetzt für Hightech Macs brauche ich Power Focus Chip. Den kriege ich von ihr. Wenn ich das dann erforscht habe, kann ich ein weiteres Gebäude bauen. So eine Mac Band Dish. Damit kann ich wiederum die Ultra Mac Tech beschwören. Dann muss ich den töten und dann kriege ich den Nano Structuring Chip. Und so kannst du ja immer so gesehen wie so eine Quest Reihe. Du musst immer so Bosse besiegen. Die aber wenn du im Late gehst bist eigentlich ziemlich leicht sind. Und dann kriegst du den maximalen Tech. Und mit diesen Nano Structuring Chips kannst du unter anderem zum Beispiel auch Waste Pack Atomizer bauen. Womit du automatisiert wirklich diesen Atommüll und sowas beseitigen kannst solche Geschichten. Ja, ich mache mir keine Sorgen um das Kind. Die Macs werden sehr schnell sterben. Ich koste die Granaten nichts. Das ist richtig. Granaten kosten nichts. Ganz unendlich viel werfen davon. Okay. Das ist echt ganz gut gemacht. Ich mag das ganz gerne mit dem Max. Oh, das war kurz gefährlich, ja. Nein, mein Tisch. Yo. Stirb. Man, meine Schütze sind so scheiße. Matt, Genosse Dark Lord. Wer ist das da? Wo? Will töten mein Kind. Dann flipp ich aus. Ah. Jungs, schwerer als erwartet. Wie Damage man noch kriegt? Puh, okay, die Charge-Reifen sind eher so für bis zu zwölf Felder gut. Ist das so? Weil hier steht, die sind gut, es muss ja dazwischen sein. So, zwölf Felder, aber das hier ist drei Felder und das hier ist 25, äh, 25 Felder. Es muss ja irgendwas zwischen zwölf und 25 sein. Naja, ist okay, ist nichts passiert. So, wir haben jetzt unseren Power-Focus-Chip. Damit können wir jetzt researchen. So, ihr dürft wieder alle raus. Und ihr dürft alle bis auf die Kinder raus. Die müssen die Kinder, die Kinder brauchen, die müssen erwachsen werden, die brauchen Waffen. Hast du den aktuellen Run von Shobi schon mal angesehen? Äh, ich hab nur kurz, äh, oh mein Gott. Alter, ist das der scheiß Ernst? Äh, ich hab nur kurzes Laim. Äh, barleyet, belastete tiere 6 prozent der 25 das ist ja nicht die trefferwahrscheinlichkeit am besten mal beim kampf anzeigen lassen ja seit lange machen warum liegt der 40 jahre was jemand heute das tragen okay gott gott everything is gonna be already weiter geht's ich habe kann man nicht einen kleinen raum machen wo der granatwerfer bei gefahr hinten hin kann ja das kann man vielleicht machen aber ich muss dann türen setzen und so schauen mal erst dass man nicht so relevant so hier analysiere die macht der nächste mac tech let's go jetzt kann man nämlich high tech oh shit ich brauche multi analyzer okay hallo nightmare moin schön dass ihr da seid leute stil meteorit an der base waren wir da können wir noch abbauen good point die rei danke dir für die 34 vielen 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 dank normale komponenten habe ich auch keine märder und nein mehr danke dir für 30 monate t30 ab das ist insane vielen 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 dank für den support das ist wirklich crazy ganz lieb von dir ich brauche ja normal komponenten hier wie viel hat eigentlich unser unser grunge und 17 kräftigen doppelflammen nice hallo hammerhead hey der roboter ist noch gar nicht richtig fertig repariert gewesen das war dem eingang nicht so ein teil mit komponenten ja davon haben wir da bisher noch einige auf der karte wir haben glaube ich da oben sogar so ein vierer gehabt vielleicht den shop gebaut also können wir auch mal machen liegen die chip chance noch ja ein paar aber ich kann ja auch herstellen dass ich das problem ich muss nur veraufträge geben was wollte ich noch einstellen das ja hier sollte ich auch noch was mehr damit sich nicht im weg rumliegen so fallen stehen auch gleich das heißt ich habe ja auch nicht gewastet dafür das passt feuerfalle steht wir sind ganz gut unterwegs so wie sieht es mit den kindern aus vom alter her ich hoffe dass pablo einfach schnell 13 wird und wir ihn zum vampire machen ja wisst ihr was vielleicht macht das kind jetzt schon zum vampire hat das eine auswirkung ich meine er braucht auch noch weniger schlaf dann lernt vielleicht schneller sicher ob das kind ich jetzt schon zum vampire mache oder auch ich warte bis er 13 ist alter der dann noch jaja der altert dass sie stets doch im gehen steht auch hier dass die alter age lässt da die alter an bis 30 bis 13 alter die mit 100 prozentiger geschwindigkeit ab 18 altern sie gar nicht mehr was machst du den ganzen gift über kurz oder lang entweder weg schicken oder ihnen dann mit den gift müll verarbeitungsdingern verarbeiten haben wir einen insekten feinen raum die ich tötete sie da wo sie erscheinen du bist nicht wenn der death was kann ich habe nicht lernen das ist ein guter punkt ja stimmt der der stress hat kann er nicht lernen ja 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 stimmt stimmt und deshalb bewusst aus am anfang ja 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 ihr habt komplett recht dass wir eine katastrophe er soll jetzt lernen damit dann nochmal groß die acht erreicht habe ich eigentlich noch uran wieder ein bisschen klarsteuer bauen was eigentlich wenn du das kind in eine verjährungskapsel setzt kannst du das dann auch mal zusätzliche fähigkeiten nein das geht nicht du kannst ein kind die ganze person nicht auf unter 18 glaube ich verjüngen in der kapsel dass sie sie über benjamin button man kann die sport und bestimmte eigenschaft von räumen sehr viel wahrscheinlicher machen also temperatur ja das weiß ich das weiß ich mit der kapsel kann man aber immer nur ein jahr verringern oder ja du kannst du mal wieder neu einschmeißen halt dauert nur ewig haben wir zwar einen ganz guten blutvorrat auch 90 blutpakete schon wie viel wert haben die 50 und 10 ok ich habe eine v75 die aber saustark ist sollst du Vampir machen dann ist das komplett egal spielst du mit den neuen add-ons ja ausrufezeichen rimvert da siehst du die modliste spiel komplett versuche gerade das neue ende zu schaffen versuch er das neue ende zu schaffen ruhiger war der winter sollte für alles eigentlich 15 prozent sein Weiß, was nicht klappt, melde ich. So, David Strand, da freue ich mich drauf. Dann will ich es fast noch mehr davon anpflanzen. Wie gesagt, gucken wir, ob das funktioniert. Ich hoffe, es funktioniert, aber es sollte eigentlich Alu ohne Probleme funktionieren. Falls irgendwas nicht klappen sollte, war lieber, dann sag mal Bescheid, dann klären wir das. Mit dem Geburtstagsgeld. Hattest du Geburtstag? Happy birthday nachträglich. Mit dem neuen Ritual kann man auch... Ja, du kannst Leute verjüngen mit dem Ritual, ja. Ja, ich könnte natürlich mit Düngemittel und so arbeiten, damit das hier schneller wächst. Auf der anderen Seite, das wächst mit 70%, das ist okay. Wir müssen sowieso warten, bis die Kinder älter werden. Äh, du meinst was anderes Freaky Freak. Du meinst eine andere Marke. So, wie viel Stahl habe ich denn jetzt hier rumliegen? 1600, krass. Das geht so schnell. So, Menschenhaut haben wir. Ich könnte noch mal ein paar... Lass mal ein paar Klamotten machen. Menschenhautklamotten und dann verschicken wir die. Ja, dann machen wir uns die Neandertaler wieder. Vielleicht sogar mal zu Freunden. Schon mal grob Kammern vorbereiten. Ähm, ja, wir können gleich noch mal ein bisschen buddeln. Können langsam diesen Bereich hier freilegen. Wir müssen noch mal überlegen, was ich dann mache. Mit dem Gefängnis hier oben. Das muss ich dann auf jeden Fall irgendwo anders hinsetzen. Ja, ich hätte Lust auch einen coolen Vampirraum zu machen. Aber ich komme schon langsam. Ich mache langsam schon wieder so Kosmetik Sachen, was total gefährlich ist. Weil ich habe gerade gegen die Macs fast verloren. Wenn der 25 Mac-Rate kommt, dann bin ich am Arsch. Das ist, äh, ich sollte nicht zu großkotzig werden. Das Leben ist immer noch ein sehr gefährliches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und da. Und das dann noch hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und da, oder? Ja, sollte passen. Das heißt, da sind sie da. Ja. Ja. Okay. Was ist das Rote? Äh, ich habe nur Sachen eingezeichnet. Ich habe nur mir eine Behilfszeichnung gemacht, um zu sehen, wo ich die Säulen hinsetze. Okay. Cold Snap. Das ist egal. Die Kälte setzt uns glaube ich nicht zu. Animal Grass ist bei 18. Okay. Ähm. Multionalizer ist fertig. Oh ja. Das heißt, wir können jetzt bei der Forschung auf High-Mac-Tech gehen. Und dann, da können wir schon unsere Paramedic-Roboter bauen und sowas bauen. Und Sub-Quark-Rib-Scanner. Oh scheiße. Ich glaube, irgendwann muss ich sogar mal die Leute töten. Und dann gehen wir auf, ähm, die Ultra-Mac-Tech. Da gibt es auch den Mac-Lord-Suit und Mac-Lord-Helmet. Und da können wir auch sowas wie Centipede-Blaster und sowas selber bauen und War-Queen und so. Leider geht er nicht. Ah, das ist schade. Aber ich kläre das nochmal, Barry, weil ich frag mal. Ich frag mal morgen. Ich frag mal morgen nach. Ähm. Ob er nur für Stühle ist. Ich hätte gedacht, dass das für alles geht. Brauchst du den Screenshot? Kannst du mir gerne mit dem Discord schicken. Schick mir mal gerne im Discord. Das wäre cool. Ja. Danke. Ich kläre das auf jeden Fall. Hallo. Oh, ich hab Gold gefunden. Ja, weil ich wieder zuhause bin, sagt sie. Ich sag, ich hab Gold gefunden. Und sie sagt ja, weil ich wieder zuhause bin. Äh. Oh scheiße. Ja, Natal, du hast mich jetzt. Natascha ist zuhause. Chat, ich sag immer ganz schnell Hallo. Ich bin sofort wieder da. Ich krieg immer ein bisschen Musik hier. Sag immer schnell Hallo. Geht mal eine Sekunde. Hallo. So, sorry Chat. Sorry für den Delay. Dave, gute Nacht wünsche ich dir. Und Ulle, danke dir für die 43 schon. Ganz, ganz lieb. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. So. Plopp. Plopp. Weiter geht's. Musst du nämlich kurz einmal mit Natascha quatschen. Ein paar Sachen klären. Uah. Okay. Ähm. Hol ich den restlichen Stahl hier raus? Das ist irgendwie ein bisschen doof. Ich mag diesen ganzen Bereich hier vorne jetzt irgendwie nicht so. Ich lass das mal so. Das passt schon. Okay. Ähm. Ja, lass uns heute auf jeden Fall. Lass uns halt mal die Monolithen starten. Komm. Ich hoffe, dass wir, dass das recht schnell geht. Ich meine, wie viele Tage müssen wir hier warten. Das sind noch zweieinhalb Jahre bei einem Kind. So heute eigentlich hab ich schnell gehen. Alter, ich hab halt so viel Gold. Aber es ist eigentlich ganz nice. Es sind 251 Gold. Das hilft uns natürlich enorm bei Advanced Komponenten. Ähm. Die Steine könnt ihr raustragen. Die Stonecutters Table. Das Problem ist, die geht halt immer jedes Mal kaputt, wenn ich die draußen stehen habe. Ähm. Ich könnte folgendes tun. Ja, vielleicht mach ich das. Vielleicht mach so. Ja, die Neandertaler. Die brauchen Geschenke. Vor denen hab ich Angst. Vielleicht machen wir das irgendwie so. Wir machen hier drin Steine. Da verliere ich da auch nochmal irgendwie. Ja, ja. Machen wir so. Hast du die Magen gebaut? Ja. Die haben wir schon. Und Matt haben wir auch schon. Für Matt haben wir das Bein gemacht heute. Mir fehlt nur noch ein Ohr. Das ist nicht so schlimm. Ja. Und das Kind hat auch den Magen gekriegt. Und sonst fehlt nur noch bei SAS ein C und bei Raspiside ein Finger. Das passt. Ähm. Wie gut ist eine McLaurd Armor besser wie Marine Armor? Der Vorteil von der McLaurd Armor ist, dass sie dir ermöglicht mehr Mechanoiden zu befähigen. Die hat nicht besser Rüstungswert oder sowas, aber die kann ja mehr Mechanoiden befähigen. So, macht mir mal. Wir warten jetzt ganz schnell alle Klamotten fertig, Chat. Und dann verschicken wir sie, damit wir uns mit den Neandertaler anfreunden. So. Ybion, hallo, hallo. Ich wünsche dir einen schönen Feierabend. Das war ein bionisches Ohr. Um Gottes willen, die bauen wir niemals. Diese blöden Ohren. Nein, schauen wir mal. Vielleicht machen wir es irgendwann mal. Alter, habe ich jetzt noch ein volles Lager. Wir können auf jeden Fall die ganzen blöden Waffen schicken. Und gleich noch die ganzen Klamotten, wenn die durchgebaut wurden von Grunt. Ich hoffe, der macht jetzt eher die Klamotten mal fertig, statt die Komponenten. Ja, macht er. Was kann der Bionic-Spawn, äh, Bionic-Jaw bekommen? Ja, über kurz oder lang kann man die auf jeden Fall machen, Nico. Was bringen bionische Ohren eigentlich? Ähm, Ohren brauchst du für soziale Interaktion. Zum Beispiel sowas wie Handel und sowas. Und wenn du dann schlechte Ohren hast, dann kriegst du schlechtere Preise und sowas auch. Neandertaler versus Mad Marines. Äh, den Neandertaler würden gewinnen. Vor denen habe ich Angst. Bionische Ohren sind super. Läserblumen auf. Keinen Fall. Okay. So, was haben wir denn hier noch? Badaam. Du kannst die Kapseln ja schon mal befüllen. Man kann seit 1,5 Jahren noch was nachfüllen, ohne sie spart 20% mit dem... Oh Gott. Es ist gerade hochgesprungen. Ohne sie spart 20%. Ich so, was? Schreibst du für eine Nachricht? Lol. Es ist genau so in meinem Chat. Das ist ja krass. Da kam gerade der Werbungstext. Und ich lese. Und genau an dem Moment habe ich geblinzelt. Dann ist das hochgesprungen. Und ich habe weitergelesen. Es sah zwar aber 1,2,1 gleich aus. Das ist ja noch nie passiert. Holy shit. Äh, kann man Kapseln seit 1,5 wirklich nachbefüllen? Geht das wirklich? Das höre ich zum ersten Mal. Oh mein Gott. Das ist ja insane. Das ist ja mal richtig geil. Das wusste ich nicht. Wow. Okay, das ist strong. Das ist ein richtig, richtig geiles Quality of Life Feature. Nicht nur Quality of Life. Das ist manchmal sogar essentiell. Weil dann... Das ist super wichtig. Das ist richtig gut. Holy shit. Ich meine, ich kann auch die ganzen Tainted Sachen da sonst reinschmeißen. Die Roboter haben eh nicht so viel zu tun. Das ist strong. I like. Wow. Very much wow. Er ist noch neu in dem Game. Ja, das ist halt ein Feature, was jetzt ganz neu dazugekommen ist. Ich hatte noch nicht so häufig Kapseln. Silber schenken wir dir nicht, aber das Zeug schmeißen wir schon mal rein. Nicht die Armor. Oh. Ja, dir nicht. Junge, ist dir wertvoll. 3.300. Da seht ihr, wo der Koloniewert herkommt. Eine Rüstung 3.000, Mann. 10 Rüstungen 30.000 Koloniewert. Das ist schon pain. Okay. So, fangt schon mal an mit beladen. Wie sieht der... Oh, scheiße. Matt muss schon wieder deathresten. Ich starte jetzt mit ihm zuerst. Ganz schnell. Okay. Und dann kann ich über Rest Beside. Muss in... Bald rein. Oh mein Gott. Bitte keine Raids. Heute keine Wetten. Doch, wir haben gerade eine aktive Wette sogar noch. Für die nächsten 30 Minuten. Okay. Badadam. Dadadam. 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 Dadadadam. Dadadadadum. Dadadadam. Dadadadum. Dadadadum. Babababam. Oh, ich liebe die Wettenwerte Musik. Wie kann man die tausende von Stunden hören und nicht davon gelangweilt sein? der mensch der das wirklich geschaffen hat ist ein genie giftmüll ich würde glaube ich gerne um mein gott ich habe nichts mehr zu essen ich würde bald gerne giftmüll deswegen research gerade high tech tech ich würde sehr gerne die ultramex holen damit wir anfangen können den waste pack atomizer zu bauen wird nämlich gerne den giftmüll loswerden über den atomizer stadt über wegschießen über wegschießt immer so teuer ist ich habe viel zu viel gold 300 gold ist krass wie viel hat das eigentlich schon intellekt 17 wow mit wie viel 15 jahren okay aber ich weiß gar nicht mal so gut so gut ist er nicht aber er ist das heißt gar nichts du bist ein schatz was liebt von dir wo ist das ganze essen denn wir haben viel verkauft davon aber wir haben gleich zwei große ernten so der was trend dann wachse und wachse haben wir eigentlich schon die haben wir wo ich weiß gar nicht wo ich die finde die bewässerungsanlagen haben wir die überhaupt schon erforscht ja spring klar na komm dann machen wir mal eine bewässerungsanlage ist das aus marmor machen wir so dann machen wir jetzt die bewässerungsanlage rein und sprengt dann das ganze war der atomizer nicht totaler schrott oder ja der ist sehr sehr langsam aber wie gesagt besser ist nichts denn den hallo hallo tragt man das ding erstmal hier rüber wieder und dann machen wir die steine hier schnell fertig also wenn du später zehn von den hast gehen die eigentlich ganz gut oder muss halt mehrere davon bauen bedeutet die flamme schnell die bewohnerfähigkeit gilt genau da siehst du folgendermaßen bei einem normalen charakter wie ihm siehst du dass wenn er keine flamme hat ist sein lernfortschritt 35 prozent 100 prozent ist der normale base value und 35 prozent weil er keine passion hat passion ist eine flamme bei pflanzen hat er passion deswegen 100 prozent das heißt er lernt jetzt zu 100 prozent das heißt seine base value ist bei einer flamme so standard und er wird nicht reduziert und bei zwei flammen hat er burning passion 150 das heißt er lernt 50 prozent schneller und wenn du da noch jemanden hast wie zum beispiel den fast learner wie der hier dann hat er mit doppelflamme und fast learner hat er einen learning speed von 262 prozent weil dann nochmal 175 prozent den global learning faktor hat der das multipliziert und darüber steuert man das und wenn du noch einer das krasseste ist doppelflamme fest learner plus to smart dann lernt er in saint schnell aber das gibt es ganz selten werden angegriffen von 51 tieren es gefällt mir nicht dass ich vorne noch nicht zugebaut habe ich hoffe die laufen nicht in die fallen rein denn sonst weine ich nicht in die fallen laufen bitte nicht nein nein ich bin nicht in die fallen und ich bin nicht in die fallen befreitet die tür auf lassen müssen idiot die auflasten hätte ich müssen und die zu machen bitte nicht noch mehr kaputt machen so ist noch okay so ist noch okay dann sind nicht mehr kaputt machen so eine scheiße was doch die bots im auge sind alle in der sicherzone was ja egal was hier vorne zu ist dementsprechend sind wir so oder so safe ja die nahrung davon werden nicht so viele gut sein ok wir kriegen wieder pilze er ist die pilze und menschenfleisch wo fürs da raum unten links denn weiß ich noch nicht gucken wir mal überlegen uns was um seinen euroformer weiter für zwei es soll drei für kriegenden zeit euroformer oder taylor ja warte mal ich will im saling euroformer haben zwei es soll drive ist auf normale qualität oder besser das machen wir ich hole mir einen saling euroformer für matt was wir in diesem raum machen weiß ich noch nicht aber ich möchte auf jeden fall noch einen raum haben für die vampire so ein bisschen rot angehaut gibt es bald neues baby ich weiß gar nicht wir noch weitere kinder brauchen oder ob nicht die kinder schon ausreichend was denkt ihr ist matt natural leider nicht nein aber restbeside ist natural matt pushe ich über saling euroformer nach oben und restbeside der macht das hier oben warum wird immer weniger gras ja was passt warum war wohin geht das gras ich weiß nicht wohin geht das denn ein immer gras eine begrenzte lebensdauer ach scheiße man er das gras ist weg scheiße man muss schneller meditieren allein ist halt echt hart okay ich lasse jetzt aber wieder richtig meditieren scheiß drauf du brauchst mehr leute am baum ich habe keine mehr leute am baum könnte einer der gefangenen baum meditieren wahrscheinlich alle der nicht auch nicht auch nicht auch nicht auch nicht niemand mit kann bald restbeside du musst jetzt die teilte mehr kolonie naja was soll es was soll es ist nicht so schlimm kriegen wir irgendwie alles hin dann danke da pilze kommen wieder langsam die ernte bald ist hier lauren ist bald zehn jahre als ich hoffe wir kriegen noch mal eine shooting flamme die muss ich gerne oder will ich gerne auf shooting ausbilden genauso wie astrid wir brauchen vielmehrkämpfer neue kinder ich bin mir echt nicht sicher wollen wir noch weitere kinder haben oder reichen neun nee keins davon hat natürlich leider weil die ja in so einer kolonie geboren wurden sie sind alle einfach kolonie child das ist deren grand grab in our colony und als er sind ja alle kolonisten das hat eine geschichte mit heftigen gehen ich habe nicht mal mit gehen irgendwas gemacht bisher das wäre vielleicht eine idee oh scheiße meine pastor ich kann mein schwächer glaubt wir sollten auf jeden fall eigentlich doch wir sollten auf jeden fall wir sollten auf jeden fall wir sollten auf jeden fall mal ausreden ähm ja gene vielleicht sollten wir in gene gehen und probieren wirklich gene zu sammeln und sowas hm die beiden rifles sind noch nicht ganz fertig ne aber wir haben acht tage zeit für die kräfte die anzunehmen das machen wir wo müssen wir hin denn überhaupt da hinten hin da würde ich wahrscheinlich einfach hinfliegen und dann zurücklaufen das passt schon ok jene bringen was jetzt kein vampir wird nicht unbedingt du kannst auch geile gene plus hier geht auch beim hier überschreibt nicht alles so marine helmet ist fertig geworden aber jetzt noch mal hier eine exzellente rüste und exzellenten helm langsam wird es besser gibt es eigentlich zwei wege flug kapseln nicht nur wenn du beim imperium super hoch gelevelt bist dann ja ritual wäre mal wieder was ja können wir machen ein ritual dann haben wir sogar die religion das ist eine gute idee ja ich muss vielleicht machen wir hier in jedem raum draus so erstmal schicken wir das und ich hoffe dass die sich mit uns anfreuen plus 61 wird nicht reichen oder leider nicht scheiße es gefällt mir nicht was für eine operation erwartest du denn also das gefällt mir nicht diese hallo sitzt wieder richtig hin ja ich sitze hier schon wieder wie so ein schluck in der kurve das ist ein guter punkt ja diesen guter punkt ok 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 was kann ich denn noch schicken chat die rand da kommt vorbei hässlich sorry bro so ok 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 zieler bringt hier rein das baut ja wieder auf scheiße warum sind die hier noch so viele komponenten die keiner reintragen will die kinder seien ja du hast recht gehen das eigentlich raus ich heiße dass es sich das immer so schlechten auftrag geben kann dass er beides mitnimmt mein gott kumpel alter schwede einmal machen die das einem das leben echt absichtlich schwer so ich will überlegen ob ich hier diese ganze gen geschichte baue der rauber da muss man viel sauber machen hier oben jetzt aber das richtig oder wenn jetzt kommen würden dann ist nicht alles richtig die tür müssen noch nochmal zu dann wäre alles richtig ok warte mal die laufen dann hier rein laufen so 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 dann kommt ja ok passt yo turbo kane vielen lieben dank für die 16 das lieb von dir danke sehr so kinderaltern wo kommt der monster knastchen hast du gute idee den können wir da auch hin bauen vielleicht so matt ist wieder wach du bist bald wieder wach oben wird wie viel hat der jetzt eigentlich schon 18 construction 14 mining klar steil wird gebuddelt so wann möchtest du die monolithen holen ähm vielleicht heute zum ende des streams hin aber ich würde gerne dass zumindest die kinder noch erwachsen werden das wäre schon ganz nice weil die dann kämpfen können das würde ich schon irgendwie ganz cool finden wenn wir es zumindest bis dahin noch schaffen am leben zu bleiben damit die auch mal noch ein bisschen mit supporten können so da wird viel zu viel lichter hier gebaut überall so gestern war es noch nicht fallen gegangen ne 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 das habe ich nicht gesagt das hast du dir jetzt ausgedacht ja schade dass das gras am einnehmerbaum stirbt ähm okay wir nehmen die quest hier mal an psilic new reformer dann haben wir ja 18 tage zeit dafür wen schicke ich denn mit den beiden rifles das ist eine gute geworden wir wollten zwei assault rifles normal oder besser neandertaler sind auf jeden fall gut neandertaler gene ja lehrer danke für die 19 ab meiner kohle nie mit der hygienemod einen spa bereich geworden mit sauna poolen whirlpools ich finde die mod einfach super ich mag die auch gerne kannst du nicht kunst machen damit die räume schöner werden und das ist egal dadurch dass wir in human sind ist uns das vollkommen egal oh timeless one the teenager is approaching the colony has a strange air of confidence around him he wants to talk okay dann reden wir mit ihm noch oder okay so reden wir mit ihm Regenleitung strom zu machen falls es einen kurzschluss gibt dadurch dass es unter der erde liegt sollte es eigentlich keinen kurzschluss mehr geben können small biometric process nochmal ah nicht weglaufen okay scheiße habe ich gar nicht gut was er ist ich nehme ihn auf und dann nehme ich seine beine ab oh mein gott has the ability to make everyone feel better and inspire them to be the best version of themselves was ist das joyous hä gehe ich gar nicht das ist neu void fascination was macht er has the ability to make everyone feel better and inspire them to be the best version of themselves klingt doch wie cool das ist was neues oh plus drei kriege ich die ganze zeit als buff wherever i go i can feel the joy is one in the back of my mind it makes me feel good very good er gibt die ganze zeit plus drei an die leute um ihn herum aber er arbeitet unfassbar langsam ok ich meine er kann auch im gefängnis gute laune verbreiten oder was spricht dagegen man muss keine beine haben um gute laune zu haben so matt komm her wir dienen dich oh du musst los oh nein nicht rescue wir fangen nehmen so perfekt ähm kommentieren würde ich mal dann kommentieren würde ich mal dann kommentieren würde ich mal so warte mal wir haben jetzt äh die beiden assault rifles fertig ey chat ob das smart ist weiß ich nicht 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 was ich hier tue ey wo sind die ganzen zeit ich hatte doch gerade noch malzeiten nur noch acht ja assault rifle gut assault rifle exzellent so matt geht los tada mhm hat einer der kunst noch eine schlechte rifle nee nee weil sie haben ganz andere nicht lieber sasny schicken für bessere preise das ist ne quest die wir machen da sind die preise erstmal egal wir schicken nett jetzt rüber wie viel mahlzeit hast du dabei sechs das reicht so wohin müssen wir dahin visit ich hab so schön dass ich es ja immer irgendwo mal als geschenk gebe visit ok fulfill trade offer quest complete matt ab nach hause ein tag das schaffst du ok haben wir gemacht perfekt balgutrader nach oh scheiße waren das balgutrader hier oben nee das waren doch keine balgutrader oder das ist doch imperium das waren doch royal travel kollektoren ja ja der schafft das schon der hat noch blut gehabt matt ist schnell wir kommen nach hause cool da haben wir gleich mit matt schon psilium stufe 2 die machen wir richtig stark aus matt machen wir richtig krassen kolonisten ähm ich würde auch sehr gerne die steine hier mal wegbekommen und dann chat werden wir hier vielleicht das monster gefängnis gleich reinbauen ist das item automatisch in seinem metal oder schickst du das zu das ist automatisch in seinem metal da siding reformer das freaky freaky wäre lustig das ist mir schon mal passiert indem ich einen gebissen habe oh Mann ey das nervt mich fast ein bisschen lass die mal da spawnen muss ich sagen weil die machen sachen kaputt und ich kann sie da nicht gut essen es nervt dich wenn du den feste schon mit einem klick beseitigen kannst ja weil ich sie dann so nicht essen kann oh oh Okay, 40 Grad, 50 Grad, 100 Grad, 200 Grad. 300 Grad, 400 Grad, 500 Grad, Stille. Okay. Ist diese viel kaputt gegangen, wie es mal. Okay. Wie die Hitzesicherstadt ist ganz interessant, die Mechanik dahinter. Naja. Max, 1000 Grad, ja. Max Temperatur ist 1000 Grad. Moment, beeil dich. Monolith hattest du uns gestern für heute versprochen. Ich habe nicht gesagt, dass wir es heute nicht machen. Ist noch nicht vorbei. Das habe ich auch nicht versprochen. Ich habe gesagt, dass wir es vorhaben, Chat. Ich hatte etwas anderes als Versprechen. Dachte, die müssen durchrennen und verbrennen. Steckst sie ja nur in den Backofen. Wie geil. Yes. Das tun wir. Wir packen sie in den Backofen. Gibt es Gegner, die auch 1000 Grad noch überleben? Ja. Alle Mechanoiden. Dem ist es vollkommen egal. Hatte Danny jetzt zufällig auch schon... Wow! Social Level 3! Holy Shit! Silent New Reformer. Direkt benutzen. Upgrade! Bam! Matt hat einen neuen Skill gekriegt. Was für einer hat er gekriegt? Er kann jetzt... Oh, er kann wieder, wenn es brennt, das Feuer auspinkeln. Nice. Lass dich nicht beten. Unsere Ungeduld hatte ich ein paar Runs. Oder Basis kostet... Nein, wenn das meine eigene Schuld. Matt ist jetzt der Wasserbändiger. Yes. Wenn, dann ist das schon meine eigene Schuld. Aber nein, zum Ende des Streams. Wir machen heute glaube ich auch nur bis um 12. Weil ich Hunger habe. So, die Werte können wir auflösen. Überleben alle Kolonisten bis 22.30 Uhr. Ergebnis wählen. Ja. Ihr kriegt doch mal eine kleine Wette von mir. Überleben alle Kolonisten bis 0 Uhr. 0 Uhr. Ja oder nein? Ihr dauert 5 Minuten. Das ist nicht viel. Das sind 90 Minuten, Chat. In 90 Minuten wird wahrscheinlich niemand sterben. Also für die Leute, die jetzt... Für die Leute, die jetzt auf Quote spielen, dann könnt ihr vielleicht auf Ja gehen. Aber auf Nein gehen. Aber ich gehe stark davon aus, dass niemand sterben wird. Stark davon aus. Meine 1 Uhr Schlafrhythmus und so. Ja, ich glaube wir machen heute nur bis... Aber ich habe heute auch 2 Stunden vorher angefangen. Ich habe, merke ich habe richtig Kohldampf. Ich habe heute nur einen Salat gegessen. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ich bin nicht mehr ich, wenn ich Hunger habe. Uh, was haben wir gekriegt? Noch mehr Drogen. Ich bin die ganze Zeit mit Drogen zugeworfen. Oh, Tantrum. Da ist wegen der großen Drohne. Oh, bitte mach nichts viel kaputt. Du bist mit 15 Nahkampf, ich kann... Ah, ganz schön strong. Ah. Schlafgutrizi, gute Nacht. Oh, Mann ey. Oh, ich habe keine Steine. Okay. Ich habe seit Freitagmittag nichts mehr gegessen und Sass hat vorhin Steine gekloppt lassen, bis ich fast umgekippt ist von Hunger. Oh. Wieso hast du so lange nicht gegessen? Okay. Ähm, ich glaube ich muss ein paar Sachen wieder aufbauen hier. Oh, die Dings steht schon wieder, das ist so krass. Die Feuerfeier ist so schnell wieder aufgebaut, das ist geil. Bum, 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 bum. Brauche ich den Heater noch? Ne, die hat es immer noch nicht mehr. Oh, der Song ist so geil. Yo, Chat, ich freue mich richtig, wenn wir die Monolith aktivieren, Mann. Weil dann kommen wieder die wilden Events. Pause Joiner, die brauchen wir nicht. Zone ist schon geändert. Thrombus. Dun, 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 dun. So, noch 1.300 Plasch da. Wir haben super viel Plasch da geholt aus dem Berg. Noch 300 über. Ich glaube, ich mache mal eine kleine Pause. Es wäre cool, wenn wir mal wieder was scannen würden. Es wäre echt cool, wenn wir mal wieder was scannen würden, Chat. Matt mit fetter Ausrüstung oder Berin, da sehe ich. Ja, das ist cool. Es sind die anderen Teil schon Freunde, die noch nicht. Mir fehlen leider Zeug, um dir das zu schenken. Ich probiere es, glaube ich, mit Pilzen gleich. Ich meine, wie viel brauche ich noch, bis wir befreundet sind. Minus 16. Ich könnte überlegen, den einfach so, weiß nicht, 2.000 Pilze mal zu schicken. Und das ganze Fleisch, das brauchen wir nicht. Ich schick dir mal 2.000 Pilze. Oh ja, und Medizin haben wir noch. Und Medizin. Bin neu bei Rimmel dabei. Was ist denn das Ziel bei dem Run? Geronimo, hallo. Das ist das neue DLC, was wir spielen, die neue Erweiterung. Und da ist das Ziel, so eine Höllenpforte zu öffnen und dann gegen so einen Mastermind zu kämpfen. So eine höhere, höhere, ja, Macht. So ein Mechanoid-Boss, wie auch immer. Und ich habe noch keine Ahnung wie und was, weil ich es noch nicht durchgespielt habe. Deswegen finden wir es gerade gemeinsam heraus. Und das Ganze ist so ein bisschen mit Horror angehaucht. Und es sind coole Events dabei. Und jetzt sind wir schon sehr, sehr häufig gescheitert. Und ich probiere gerade irgendwie zu überleben. Und das ist jetzt schon der 15. Versuch. Und wir sind schon viermal umgezogen, weil ich ständig auch Small kriege von den Events. Das ist wirklich crazy, was da so los ist. Macht echt Spaß. Warum brennt Spartaner noch im Knast rum? Weil ich den wahrscheinlich überzeugen möchte und behalten möchte. Dem nehmen wir mal nicht die Beine ab. So, Kinder. Schneller erwachsen werden. Noch zwei Kinderjahre. Aber eh du, wir spielen doch normales RimWorld seit Tagen. Wo ist das neue DLC? Ey, nicht frech werden hier. Pups Arsch. Irgendwas Dünger zu machen, um Davis Strand zu düngen? Ja. Geht dann schneller. Aber das ist okay. Die Geschwindigkeit ist für uns nicht so wichtig. Ich verschenke jetzt mal Pilze. Wolltest du ja bis zum Ende des Streams? Ja. Wolltest du ja bis zum Ende des Streams? Ja. Aber das Stream endet ja jetzt noch nicht. Ding. Baum. Ja, ja. Äh, also hier. Äh, Lauren Bell. Äh, wird gleich 10. Und wir haben die mit Sanguine. Ich hoffe, die kriegt Doppelflamme auf Shooting. Jetzt mal die Aktivieren, damit wir noch einen Enormally Rate heute Abend haben. Äh, nein. Gibt es einen Mod, mit dem man die Transportkapseln behält? Das weiß nicht. Gibt es bestimmt. Es gibt auch Mods, wo du sogar Raumschiffe fliegen lassen kannst. Und so Stadttransportkapseln. Ach, wenn der Song einsetze, so nice. Du, 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 du. Meine Killbox ist halt noch nicht so gut. Wenn man das überhaupt so schimpfen kann. Aber die, du brauchst ja auch nicht größer bauen, weil ich hab eh keine Schützen. Die fehlen halt Schützen. Deswegen probiere ich Spartaner zu überzeugen. Ich probiere Spartaner zu überzeugen, in die Kolonie zu bekommen. Äh, der kann halt Shooting lernen. Und Joyos ist nicht schlecht. Der gibt einen gute Laune, wenn er in der Nähe ist. Was dann anders am Arbeiten ist, ist egal. Ich lass ihn einfach putzen und fertig. Aber Spartaner holen wir mal die Kolonie. Ist halt auch ein Kind. Wir haben alle Kinder irgendwie aufgenommen. Wir haben bisher eigentlich, wir sind da wirklich, was das da betrifft, wirklich die Guten. Wir ziehen wirklich viele Kinder groß und schicken sie dann auf Universitäten. Also eigentlich sind wir einfach die Guten. Muss mal ehrlich sein. Kriegen alle gute Schulbildung bei uns. Kannst ja kochen lassen. Eigentlich kochen wir gar nicht. Wir machen einen Pastenspender. Der ist schon okay. Na, ist jetzt gleich mal gute Laune. Hast du schon mal die Mod SOS Safe Our Ship gespielt? Noch nicht. Aber hatte ich irgendwann mal vor. Also machen wir wahrscheinlich noch mal. Irgendwann mal. Wie wäre es, wenn wir irgendwo mal Stahl scannen? Ich scanne leider sehr langsam. Sehr, sehr langsam. Wir haben bisher noch vier Sachen gescannt. Wird gerne vielleicht einen weiteren Scanner irgendwo mal bauen. Eigentlich würde ich sehr gerne. Wir brauchen Advanced Komponenten. Ich glaube, ich brauche ja normale Komponenten erstmal. Ja, komm, machen wir mal 60 Komponenten. Du hast schon 17 Crafting. Gleich 18. Wir gehen auf 20er, machen wir bessere Waffen. Ich habe gehört, dass Safe Our Ship jetzt auf 1,5 sein soll. Warum denke ich bei zu investiert schicken, ist ein Codewort für wir essen sie. Nein, 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 nein. Das ist, weil du ein Böser bist. Wir sind die Guten. Publicator holen. Meinst du jetzt Mac? Ach so. Oder so ein Tisch. Du meinst Mac. Aber nö. Der macht das schon ganz gut. Ist doch ganz gut, weil wenn er die Komponenten macht, levelt er höher. Wenn ich hier auf Level 20 bekomme, dann lässt er die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir auch richtig gute Sachen auch craften. Das ist schon noch das Ziel. Das stimmt, Duck Gamer. Das ist richtig, dass man dann mit Shortcut mehr erhöhen kann. Safe Our Ship ist auf 1,5. Haben sie in meinem Run. Genau. Ich glaube, die wurde auch erhöht. Also erhöht. Die wurde auch gepatcht auf 1,5. Research finished. Hi, Mac Tech. Okay. Ich gehe mal auf Bio Regeneration und parallel check noch mal aus. Ich könnte jetzt was beschwören. Eine Mac Band Dish muss ich auf jeden Fall bauen. Und dann können wir die größten Macs holen. Aber ich muss echt überlegen, ob ich das möchte. Aktuell. Aber dann könnten wir diesen Mac Lord Suit machen. Das Ding ist gar nicht so ungünstig. Okay. So. Äh. So. Äh. Ich brauche dann echt so den Subcore Soft Scanner und Subcore RIP Scanner. Dafür brauche ich dann ein paar Gefangene mehr. Auch mal ein größeres Gefängnisjet. So. Und wenn ich jetzt die Summon, ne? Dann kommt ein Apocritin. Will ich den beschwören oder nicht? Ich meine, wir können sie ja durch die Fein laufen lassen sonst. Aber will ich sie durch die Fein laufen lassen? Ja, Chad. Ich weiß das gar nicht. Sind wir schon bereit? Sind wir nicht bereit? Und danke dir, Bierhelm Kapitän, für die zwölf Monate. Ja, ich kann nicht. Dank. Von haben wir vorbeigegangen. Und Lehrer, danke dir für die 19. Gerade Masterarbeit abgegeben. Endlich. Besser um einen gewissen Rimwert gucken. Nice. Glückwunsch. Stabiler Bart. Danke. Der ist einfach nur gewuchert. Können wir mit 5 Macs einen Super Mac bauen? Und wenn man wiederum 5 Super Macs nimmt, wird daraus der Gigamec? Äh. Äh. Ja. Genauso funktioniert das. Mac-tastisch. Oh, wie viel Blut. Jetzt würde ich gerne hier doch vielleicht den Außengang ziehen schon mal. Ja. Da, 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 da. Ja. Da, 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 da. jetzt machen wir das und dann gehen wir schon die kleinen bereiche expandieren expansion da liegt wahrscheinlich mehr blut als in die meisten blutbänken das ding ist ganz schön voll wir wollen gigamax und dabei müssen die colonisten auch immer kacke schleppen weil sie ins plumpsklo machen plumpsklo ist nicht eine technologische sondern eine lebenseinstellung okay wir huldigen der kacke weil kacke ist geil und dementsprechend machen wir ins plumpsklo damit wir die kacke auch wirklich sehen können und anfassen können und riechen können erst dann können wir eins mit der kacke werden deswegen tragen wir sie immer der hand durch die gegend okay du kannst das nicht einfach durch irgendwelche rohre pressen das wäre doch sehr sehr der kacke gegenüber herab setzend heilige kacke ist ein mindset genau ach das doch alles kacke genau das mega nice sowas dein flur aus der rome sorgt er nicht in zweifelig dafür dass du einfach flankiert werden kannst hier in der base werden sowieso keine kämpfe passieren ich mache es weil es irgendwie cooler aussieht und weil ich von dort aus wenn ich möchte weitere räume machen kann zum beispiel schlafräume einzel schlafräume könnte ich hier unten hinsetzen und an der seite hinsetzen ich könnte dann da schlafräume setzen da schlafräume setzen da schlafräume setzen weil chat will den luxus haben so chat wir haben jetzt lauren lauren ist zehn geworden kommt gibt uns eine flamme auf shooting auf jeden fall also sie hat definitiv eine flamme auf scheiße nicht auf shooting was gebe ich dir denn so schon das irrelevant intellekt ist nicht schlecht construction ist nicht schlecht animals artistik das ist ist okay jetzt brauchen wir ein geilen trade was kommt okay das ist nicht gut abrasiv ist scheiße beleidigt alle tortured artist fack fack chemical interested fack lazy fack bro das ist das shit gott ich hab nur noch ein trade noch ein trade der muss gut sein kind und noch den hier wow ich kann nicht mal nur traiter geben einfach nett einfach nett ist okay aber hätte besser werden können das kind auch in human kann das sein kann man irgendwas machen wenn sich zwei darauf prügeln weil sie rivalen sind einen aufessen klappt meistens du kannst probieren den unterschiedlichen tag nach rhythmus zu gehen damit sie sich seltener treffen dass der eine nachtschicht übernimmt der andere tag schicht übernimmt wenn sie seltener sehen dann beleidigen sich seltener und dann schlagen sie seltener das war es nicht so toll lauren zur uni ne 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 ist schon okay transport kapsel ist ready ja ok in der anderen teile wie viel kriege ich 34 das reicht aber erstmal als geschenk ganz viele pilze so wir sind auf jeden fall wieder neutral versucht lieber kurz so lang mal ähm uns gegenüber positiv gestimmt zu machen vielleicht helfen sie uns da doch irgendwo mal wie viele flammen und trades kann ein perfektes kind haben immer drei trades und neun flammen neun flammen drei trades du hast oben mittig mauer vor deinem ausdringen gebaut oh cluster mit minus zehn grad außerhalb aber gleichzeitig 40 im jahr und bei mir und ein tag später cluster mit noch mal minus zehn grad später noch ein cluster ja let's go das ist wie bei exibit bei pimp mal right da wirst du ein cluster haben dann kriegst du ein cluster in einem cluster in einem cluster nennt sich auch clusterfuck seit wann gibt es youtube werbung einblendung von elo seit das kommt einfach das ist von mir also das hat ollie gebastelt damit man auf den youtube kanal aufmerksam machen kann wo es remote videos gibt könnt ihr gerne auschecken lieber ollie lädt ja die runs da hoch und er hat mir das die einblendung gemacht dass die dann einfach erscheint um die leute darauf aufmerksam zu machen dass wenn sie mehr von meinem gelaber hören wollen und möchten gibt es das auch auf youtube und dementsprechend ist er diese kleine einblendung das ist aber keine einblendung die von twitch oder sowas ist das ist einfach eine einblendung die von mir hier passiert wer ist ollie ollie ist ein netter mensch der die youtube sachen der die twitch sachen hier nimmt und sie bei youtube hochlädt damit sie für die ewigkeit erhalten bleiben als jemand irgendwann mal später dazu kommt und sagt hey du hast doch mal diesen zombie run gespielt kann ich dir noch mal sehen und dann kann man ihn sehen oder wenn jemand sagt edo du bist so scheiße langweilig ich höre unfassbar gerne zum einschlafen deine stimme dann kann man sich das auf youtube als podcast oder sowas anhören also also falls ihr lust habt check das gerne aus hinterlast dort hier glocke und so ja auf die glocke und jetzt noch drauf gehen könnte das geht nicht aber ausrufezeichen youtube habt ihr gesehen ganz schön egoistisch dass du nur deinen eigenen kanal bewirbst oder gestern vorgestern habe kevins kanal freitag habe ich auch kevins kanal beworben kommt auch deine only fans clips nur auf only fans du hast du mein inserang gespielt kann ich dir noch mal sehen leider nicht der gab es ollie noch nicht deswegen ist es war abends nachts ja mann weil die leute zum einschlafen kommen ich bin einfach selber so nacht mensch okay wir kriegen auf jeden fall viele steine dadurch aber ich habe irgendwie zu wenig arbeiter kann das sein ich habe das gefühl dass wir nicht hinterher kommen mit der arbeit also wirklich nicht und ich darf nicht warum aber wir haben gleich drei weitere ich weiß nicht ob wir noch weitere kinder zeugen wollen das ist echt etwas wo ich mir so die frage stelle wollen wir das oder warten wir auf bessere gene der roboter das problem ist die arbeit die ich brauche die können die roboter nicht machen okay da muss ich noch mal pp machen wir haben ein breed mit raupen mechanoiden breed mit raupen und die kommen wahrscheinlich von oben rein das könnte gefährlich werden bin sofort wieder da eine gute stimme zu einschlafen danke dass es gibt okay so wir brauchen aber generell gene wir müssen anfangen die nächsten gegner die man die andere teile oder sowas indem wir mal gefangen und probieren gene zu extrahieren was kommt denn hier vier raupen ja warte mal bleibt mir erstmal alle bitte im safe bereich ich habe ein bisschen schiss dass die oben durchgehen das nervt mich jetzt schon mit hat nen sanity lens es sind insgesamt scheiße sind schon einige oder okay ich sollte probieren auf jeden fall mit der sniper zu spielen du gehst raus und du gehst raus und der rest bleibt in der base drin aber die gehen oben rein das jetzt schon belastend die werden mir alles kaputt machen was nicht gut was nicht gut es ist es ist es ist es ist Hmm Scheiße, vier Rauben sind schon eine Ansage Ah, fuck Ah, fuck Das ist eine scheiß Pose, die ich habe Ja Also, du musst du in die Gefahr Ja, du kannst du in die Gefahr oder nur die Gefahr aber du kannst du nicht Und du kannst du in die Gefahr Aua. Die machen doch super viel Schaden, trotz guter Rüstung. Und ich will eigentlich nicht die Lens benutzen, aber ich muss glaube ich die Lens benutzen. Junge, kann doch nicht sein, dass die so stark gegen meine Vampiren sind. Die Lens benutzen die Lens benutzen. Ah, fuck this shit. Geht zur Seite. Mann, dass ich jetzt noch die falschen Waffen hier habe, ist scheiße. Geht zur Seite. Nice position. Okay. 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 Wow, seine Rüstung kaputt gegangen. Boah, das ist eine Katastrophe. Oh Gott und danke für die 27. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Okay, das ist eine mega Schwachstelle. Vielleicht muss ich auf jeden Fall irgendwas anderes bauen. Okay. Oder... Well, bis jetzt. Tschüss. 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 Das war's für heute. 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 Hallo, hallo, hallo. Okay. Ich hatte wirklich Angst. Tiber drückt näher. Aber das ist mir ein bisschen zu gefährlich, muss ich sagen. Das ist mir alles ein bisschen zu gefährlich mit den Breach Raids. Also für die anderen haben wir ja die Feilen gebaut, aber die Breach Raids... Ich hab das nicht so unter Kontrolle, wie ich es gerne hätte. Das ist mir doch ein bisschen zu gefährlich. Hm... War auch richtig risky, sich damit Kolonisten hinter den HE-Shares zu stellen. Da einen Schuss drauf und Metal Respy gehen down. Ja, ja. Ja, Metal Respy war sowieso nicht mehr so essentiell. Das Problem ist, dadurch, dass wir draußen waren, ähm, dadurch, dass wir draußen waren und den Fight draußen gesucht haben und ich von innen war mal strategisch halt mega scheiße aufgestellt, weil ich hatte mit den beiden beschissene Waffen, stand da und war halt... Also eigentlich habe ich die Gegner gesandwiched, aber irgendwie war ich selbst dadurch gesandwiched. Hi, Philo. Äh... Also ich weiß, wer Philo ist, aber ich bin nicht Philo. Wäre ich es nicht gut, die Blutleiste der Vampire komplett aufvollzustellen, damit sie immer maximal Blut haben und heilen können. Äh, habe ich aber die meisten sogar. Also Matt hat 100, das ist schon ziemlich nice. Bei dem habe ich auch richtig hoch auf Blut gestellt. Eigentlich bei allen, die haben richtig viel Blut sogar schon. Wir machen das Kind gleich auch zum Vampir, es wird nice. Eine Triple Wall. Ja, Triple Wall ist richtig, aber keine Doppelwall. Auf keinen Fall. Oh cool, wir haben hier nochmal einen Stall drin gefunden. Yo, Chat, come on! Volt 69! Er wird's! Er wird's! Danke für die Follows, by the way! Vielen lieben Dank! Aua, Alter! Hat das Knacken gehört? Werde alt. Ähm, warte mal, die Operation, das passt alles. Meditation Spot ist erstmal irrelevant für Matt. Tertate Paris, glaube ich hauptsächlich bei... Wer hat alles kaputte Rüstungen und Sachen? Habt ihr das mitgekriegt? Bei... Das ist so insane! Eben gerade, wie unlucky war das bei Grund, unserem Nahkämpfer, ist die Rüstung mitten im Kampf kaputt gegangen. Und er stand ohne Rüstung da. Ich war mir sicher, dass er stirbt. Der war so low. Oh mein Gott, wie viel Damage er gekriegt hat. War das dein Rücken? Nein, nein, das war meine Hand. Ähm, das war meine Hand. Ich hab die so hinten geknackt. So, dieses Knacken. Äh, und das war unser 18, das war unser 18 Crafting Dude. Wenn der gestorben wäre... Alter, boah! Wild. Weißt du, ob Osano seine Vorteile hat, wenn man ihn zum Vampir macht? Äh, einige davon. Glaub ich schon. Äh, hier, Matt, nimm mal wieder deine richtige Waffe, das ist ein bisschen gefährlich. Und du, nimm mal deine auch gute Waffe. Ich hab nicht so viel... Ähm, Leute, ich brauch die Kinder. Ich brauch Schützen. Ich brauch viel mehr Schützen. Oh Gott, ich hab fast wieder... Ich verschluck mich an die ganze Sache meiner eigenen Sammer. Ja, dass wir Grunt hätte echt in die Hose gehen können. Naja, anyway. Whatever. Wir kriegen das alles hin. Matt researched. Was research ich eigentlich gerade bei Regeneration? Ich hab Gott sei Dank, dass hier oben ist dann wieder zu. Ah, ich hoffe, das kommt erstmal nicht wieder ein Breed Trade. Ich fall... Ich... Ich... Yolo ein bisschen gerade. Ist halt leider viel kaputt gegangen, was ein bisschen belastend ist. Ist wirklich ein bisschen belastend. Oh Gott. Wir haben hier einiges kaputt gemacht. Wir haben hier einiges kaputt gemacht. Wir haben hier super viel kaputt gemacht. Vielleicht wäre er damit auch zum neuen Hodor geworden. Vielleicht. Und dafür hätte aber der Helm kaputt gehen müssen. Okay. Wenn wir wirklich eine zweite Brutkammer und ordentlich Kinder pumpen. Das ist doch wieder etwas, das kannst du nur in einem Rimville Chat schreiben. Ich brauche auf jeden Fall wieder neue Pilze. will ich mehr kinder ich will irgendwie ausgewählt ich meine wenn die drei kinder erwachsen sind haben wir einen stark nahkämpfer und zwei fährenkämpfer mehr das ist schon viel viel mehr feuerpower da kommen ein kind machen wir noch denn hier hast du lust uns mal deine eizelle zu spenden so wertlos mach ein kind romantik ninja herzchen weiß wir sehen was für ein liebhaber mad ist so embryo nicht immer doch embryo da rein macht die roboter kümmern sich auch drum okay muss man nicht machen wir kümmern sich um sein kind das riecht schon fast nach zwangsumzug auf keinen fall der kühlschrank geht der kühlschrank noch ist die leitung oben kaputt oh scheiße you smart ok bei mir trennen sich die kolonisten laufen ich bin voll traurig und das trotz guter laune der kolonie ja das ist der vorteil wir verzichten einfach komplett auf liebe und menschlichkeit da kann sich auch keiner trennen ist embryos drehen okay wir machen noch ein kind bei der standard gene ja kann aber auch keine heiraten das ist okay wir verzichten wie gesagt das hält uns dort zurück hier habe ich noch gar nicht analysiert oder da habe ich schon wir hatten wohl auch die dlcs wollen alle zu vampiren machen vampiren sind schon nice aber du brauchst echt viel blut aber wir haben gotts einen guten blutvorrat hier den kumpel den pablo man beale den wollen wir auf jeden fall zu vampir machen oh bitte ich will noch dass er nimble kriegt jo chat was glaubt ihr was ist stärker nimble also für einen reinen nahkämpfer der schon tough hat nimble oder brawler wahrscheinlich nimble oder meine brawler macht zwar mehr nahkampf schaden und du triffst häufiger aber nimble macht dass du länger lebst und ich glaube länger leben ist viel essentieller weil du tanken musst deswegen ist nimble besser deswegen würde ich tough und nimble haben als ich dem brawler auch aber tough und nimble ist eigentlich das was ich haben will junge das kind hat noch nie gearbeitet hat jetzt schon neuen intellekt doppelflamme nebel bringt aber noch was gegen melee ja das ist ja auch in ordnung da zieht auch jemand in nachkampf rein dann in dem fall brawler ja auch in so gesehen ja jetzt du bist jetzt du bist ja johann ist einmal steine klappen habe ich gar nicht hinterher die stein gekloppe das ist frustrierend bei den kindern ist drei pro tag max eigentlich nicht ich weiß nicht was gesagt hat weil das hier steht 3,99 pro tag 3,98 der kriegt auch 3,99 ich glaube 4 ist max so wie es aussieht ist 4 max pro tag 3,99 wer hast du denn die vampirismus die kurie bekommen was für eine mensch es ist ein meteorit aus uran nochmal es ist jemand abgestürzt ein vampir ist abgestürzt und wir haben ihn gegen andere kämpfen lassen und der war der letzte der noch da rum lag und haben ihn eingesammelt von 3 bis 7 bis 3 max bei den anderen stufen geht es bis 4 okay dann hat also alle recht er langsam nimmt die base gestalt an so das heißt wie lange muss auch der resten zwei 4,96 bei einem zweiten kind ne 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 4,96 glaube ich nicht oder das kostet ganz schön viel stil das zu bauen was ich hier gerade mache ach scheiß drauf was kostet die welt bin seit 48 stunden drin und kein vampir quest bekommen oh scheiße echt ich hatte schon 3 oder 4 und ich bin seit 48 stunden drin in 13 minuten okay ich habe fast alles in gesund außer grunt die jetzt richtig erwischt dein raum im gang rechts zum beispiel wird seit einer stunde nicht gebaut das ist mir bewusst weil wir keine steine haben aber wir haben halt tausend andere aufgaben ist nicht so was keiner arbeitet matt kümmert sich um die gefangenen holt das blut der meditiert was ich immer gesagt habe damit ich endlich auf 20 gras komme und buddelt es liegt im todesschlaf dann macht kein dampf labor kümmert sich aber auch sowieso um die gefangenen auch und sowas sincera baut die sachen grant ist super verletzt und kräftet und sonst habe ich drei kinder ich habe meinen run zu lang gespielt und traue mich mittlerweile nicht mehr die rakete zu bauen zwölf jahre in game ist zu viel ich bin jetzt bei 12 13 jahren in game oh mein gott warte mal doch 13 jahre in game schon holy shit ey let's go xanjin keine angst haben ja das krass chatty ok ja und dann ja schon vier social das heißt er hat schon 16 social gelevelt wir können echt leute überzeugen aber jetzt gute hussaren und sowas als rate bekommen nehmen wir fleißiger wieder leute auf die uns reden dann der bestreller friert gerade danke scheiß kälte werde da draußen das ist weil meine türen hierbei kaputt sind haltungsverstärker für die nachkämpfer sind schon geil hat es verstärkt als ein mit vampiren kann ich mir super stark vorstellen oh mein magen habt ihr gehört der hat krumm krumm gemacht und ich habe heute echt nur ich habe mir raps gemacht habe mir vollkorn raps geholt also so vollkorn tortillas heißt die tortillas wissen sie meine die fladen und dann habe ich da so ein bisschen frisch käse mit schnittlauch und dann habe ich dort tomaten gurken gekochtes ei rote paprika kimchi irgendwas noch und ein bisschen käse und dann habe ich das gefaltet und habe die gegessen rap einmal die woche ist so easy und gut ja mega und das war halt super lecker was auch super gesund und so als zumindest nicht ungesund nur gemüse und vollkorn fladen ist schon okay aber es war lecker aber das ding ist es war halt einfach nur gemüse und da waren keine keine sättigungsbeilage wie jetzt nudeln oder reis oder eine kartoffel oder sowas das heißt es war zwar gesund aber ich bin hungrig muss gleich noch irgendwie sündigen mais war auch drin aber kein hier kein hündchen das war ohne fleisch sie schickst du nicht grant in die krankstation das ist am ende egal wo da liegt die hier ist es sogar wärmer und exzellent und schöner als da drüben alleine die betten sind die gleichen das sind die raps die er mit allem füllt was er im kühlschrank hat ja aber die finde ich auch geil deswegen ne es war schon das war schon gut aber bohnen und reis dran ist ein burrito ja ich muss ein burritos machen und dann noch schön kurz in der fahne von beiden seiten anbraten ja ich muss burritos machen ja ja so gut war kann das liegen dass ich ein super dummes kind aus der kolonie habe alle kinder haben 90 im leeren drang aber punkt hat stufe 0 und wird bald erwachsen heißt das kind zufällig wie sie hätte ich zumindest seine theorie ich glaube die tiere fressen eine pilze weg ich habe keine ahnung muss man auf zone achten oder sowas vielleicht berenice aber ich lieb ja die fressen echt meine pilze weg weil ich habe genug um mit denen zu teilen aber ich erschieße trotzdem lieber nach sich alle pilze verbrennen als dass ich euch die erste lasse aber läuft aber trotzdem auch scheiße 200 grad hier drin okay wir haben geht mir erstmal nicht rein warten bis die hitze raus ist okay jetzt kann er pinkeln stimmt mit hatte zauber aber ich habe mit ihm kein pfeil fokus so richtig und pire löschen lassen diese klug ich besitze eigentlich nur vampire das ist vielleicht das problem ich glaube der steine jeder hat steine klappen irgendwo drin aber nicht auf höchster prio das ist vielleicht auch das was ein bisschen schwerer macht gerade meine dem habe ich als auftrag gegeben 100 millionen komponenten herzustellen stattdessen kann ich halt auch steile kloppen gleich mach ich das ach gut das wäre so viel cool sache los grant aber sieht gut aus wenn wir den außenring schaffen und den dann schon beleuchten könnte cool werden aber ich muss erst mal ja ich muss steine oh scheiße ich hatte mit matt vergessen vorhin kommt kommen an zu machen hätte wahrscheinlich sowieso nicht so gemacht für zwei habt gesehen wie scheiße die sniper war mit sniper rifles ich habe gehofft dass ich sie weg meine intention dass ich rausgegangen bin mit den snipern war schon dass dass die mich vielleicht verfolgen aber die haben komplett auf mich geschissen und rein nicht ein fabrikator für steine machen macht der fabrikator auch steine macht der fabrikator steine oh mein gott okay machen wir einen roboter der nur steine für uns macht das ist echt eine gute idee cryptox smart dafür brauchen wir so ein sub core soft scanner ding glaube ich dann machen wir einen fabrikator da wo die ganze steine für uns kloppt ja machen wir jetzt das musst du machen auch ein tier bei den pilzen wo kommt ihr denn mal die ganze zeit her oh die tür ist hier noch offen ne ah hä ah wegen dem gang so champ was geht ab hallo hallo scheiße deswegen sind die tiere die ganze bei uns idiot okay so wenn ich jetzt so ein start scan select the colonist and right click on the sub server start the scanner aber soft scanner tötet mich ja erstmal nicht oder wenn ich jetzt da jemand reinschmeiße dann werde ich ja nicht gekillt insert the person dann schmeißen wir mal rein sas jetzt wird sas gescannt beim rips scanner sterben die sagt man ja du ich hab ein problem ich hab mörse und auch he granaten aber ich kann die irgendwie nicht befüllen schicke ich einen probanden ran sagt er die richtigen sind die richtigen granaten also hast du deinen mörser hier oben und du kannst beim mörser hier auf shells kannst du einstellen was du welche erlauben möchtest das heißt du erlaubst dann zum beispiel die high explosives also die he granaten und dann nimmt er die he granaten und packt sie da rein du musst aber darauf achten dass die zone passt also er muss natürlich auch an die he granaten rankommen und an den mörser rankommen manchmal wenn die he granaten zu weit weg vom mörser sind kann das probleme geben also versucht das ja irgendwie in der nähe vielleicht ich mach da immer so ein extra regal wo ich die reinlege und dann hier warum keinen gefangenen war voll smart hier den gefangenen reinstecken können der chat ist heute viel smarter als ich deswegen sollte ich auf jeden fall nicht so lange nicht so lange stream scanning sickness das ist ja mal verrückt wenn der chat smarter ist als ich das lässt mich schlecht dastehen das ist das erste mal dass das passiert nach so vielen jahren des streams ok wenn ich das noch mal tier mit soll stellen wir den nämlich her not enough bandwidth okay mir fehlt bandbreite mit einer band note kann ich doch meine bandbreite erhöhen oder ich kenne remittler von matthia was ist denn hier los da wirst du hier nichts verstehen hier passieren dinge ok warte mal ähm so wie wir linken jetzt mal ok chat ich mach jetzt mit dir das ritual drückt uns die daumen dass wir einen geilen zweiten zauberspruch bekommen das war ihr doch erst fertig bauen bevor wir ihm sagen dass er den koffer rips gerne braucht ne ne brauchte ich nicht hab ich gesehen das wildschwein ist die katze kannst du bahnbreit rucksack machen ja aber da kann man keine andere sachen tragen ok weiter sing versetzen nein leider nicht so vieles ähm tune this band note to a mechanitor mad tune to mad eagle wie viel habe ich jetzt gekriegt durch das teil einen weiteren slot äh warum kann ich den nicht herstellen pie subcore fuck oh man xanji ich hasse dich warum hast du recht warum hat der chat heute die ganze zeit recht was ist denn heute für den tag der chat hat mehr recht als ich gottes willen gott ey dabei war ich immer so stolz auf meine 69 iq fuck oh das heißt ich muss jemanden töten das heißt ich brauche echt den ripscanner man ich kann das ganze zeug auch nicht verstehen das nervt mich am meisten an die ganze mech sachen als wenn du sie baust die dafür immer da so bleiben hm 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 so was hast du gekriegt weißt du zeit für den scale word of joy ist gar nicht so schlecht oder ja du hast recht leider ist biane wir haben alles mögliche was er uns in der in der in der lage war seinem herzinfarkt erlegen ich hatte keine chance ihn am leben zu lassen also ihn zu retten meine ich okay so start scan warum ist das alles so teuer insert person so biane hat leider gerade einen herzinfarkt gekriegt das ist echt scheiße ist aber wirklich leid oh gott ich versuche doch zu heilen ich habe in die heilungsmaschine gepackt das ist der beste roboter maschine die wir haben sein herz wird gerade gescannt wir versuchen irgendwie zu finden wo das problem liegt bitte stirbt nicht biane wir brauchen dich noch haben uns alles mögliche haben wir getan damit du am leben bleibt scheiße er ist ein herzinfarkt leider erlegen chat aber ihr habt alle gesehen ihr wart dabei ihr habt alle gesehen ich habe mein bestes gegeben aber sein tod soll nicht umsonst sein wir sind nachhaltig über einen roboter dass du menschen töten muss um roboter zu bauen alter das ist nicht mehr wirklich günstige intelligenz etwas macht der kolonie wert muss ich angst haben 135.000 oh nein der arme ersatzhund wurde angegriffen oder wird sich überleben alter aber krasser charakter fast learner underground psychopath dance doppelflamme intellekt doppelflamme shooting eine flamme wasser charakter warum tendet er sich nicht gibt es eine bot mit der man die sachen versetzen kann ja es gibt eine motto womit du sachen auch versetzen kannst auch bisher viele sachen bildschwein sie selbst gezähmt wir haben ein geschenk hinterlassen die haben wir viele geschenke hinterlassen junge das ist kein schlechter charakter wobei an der ground of psychopath für mich irrelevant ist das will ich traurig tut mir leid aber biane vergiss nicht du bist jetzt der neue roboter deine intelligenz die wir nehmen die packen wir jetzt in den roboter rein der dann steine klopft für uns also lebst ja weiter und hast ja sogar noch wichtigeren dienst als vorher habe ich den gefangen mit der flippen dich aus biane wollte noch bein oder ich habe es nämlich und da schon wieder chat wir sind die guten ich habe euch gesagt biane danke dass du bei uns zu besuch bist im gästezimmer nächtigst und uns dein blut spendest dafür kriegst du irgendwann mal bionische beine so was glaubst du auf welchem bein biane gleich rauskommt aus dieser kapsel natürlich auch bionischen bein ich habe mein wort gehalten soll noch einer sagen dass es wenig die guten sind kann es echt nicht mehr hören das ist einfach offensichtlich also was wollt ihr denn noch was wollt ihr denn noch sehen doch alles sehr glücklich aus er will da nicht liegen oder ich finde auch das ist wie so eine klassenfahrt in der jugendherberge wir haben bestimmt alle voll spaß haben wir ein bisschen alkohol versteckt hinter der heizung und abends spielen sie auf flaschen drehen alter jahr schon fünf social chat das ist krass denn es ist das krass wassertank leer warum also lehrt mich aber die haben gerade viel verbraucht wegen den sprenglern das stimmt ist eine gute idee oh mein gott warte mal die kann sich dreimal wiederbeleben ich kann sie einfach dreimal in den ripscanner stecken das ist ja smart jeder schlange tot findet das ok so warte mal hat das kind eigentlich noch essen hier drin ja warum habe ich hier wo ist mein knüppel warum habe ich hier noch so eine gute und exzellente waffe liegen wem gehört sie deine ist das was die falsche genommen kaum kinder dürfte auch eine haben für den notfall hängt dran chat der mohi kommt wenn alle kinder erwachsen sind ja natürlich wann denn sonst aber die sind schon weg zu spät wann kommt der roboter raus hast mich jetzt überzeugt also ich habe keine chance sich zu überzeugen du das macht glaube ich wobei wir machen progress also wir holen auf jeden fall spartaner in die kolonie spartaner ist not bad und er kann shooting der wenn ich aufgepasst was hat der menschen scanner gemacht dadurch kriegst du so ein ding raus so ein chor womit du mechanoiden machen kannst das ist künstliche intelligenz du schneidest das gehirn raus und packst einen roboter welche roboter können wir alles bauen wir können schon selber den centipede gunner bauen sogar diabolos glänzer ich werde irgendwie was tankiges haben wenn ich die hier rufe was kommt denn da alles ein apocriton 5 cypher 6 military ist eigentlich nicht so schwer dann könnten wir auf die größten mechs gehen und mechs lord suit machen der wassertank ist leer ja der wird immer nur der wird immer nur tagsüber leer wenn die sprengdahnlagen hier alles rauspumpen ich meine ich brauche einfach noch eine weitere pumpe daneben dann sollte das ohne probleme laufen was trägt matt für einen rucksack das ist keine rucksack das ist eine grenadier rüstung der hat jetzt da so ein dickes rohr scheiße matt hat auch keine dings mehr muss irgendwelche neuen neuen aufsätze herstellen diese mittragen können ich könnte mir doch was in den kopf implantieren dann hat er bis zu sechs mehr was macht das hier das ist nicht so wichtig mechling upgrade which lost the mecanita to repair mechs from a distance das ist nice paar geile sachen dabei ich könnte dem auch so ein bandwidth pack machen dann kriegt das mein toril pack sollten alle zumindest ein toril pack haben die gar nichts haben ich habe viele leute nichts haben toril packs und ich mache glaube ich nochmal shield belt wenn ich verkehrt gewesen zwei shield belts wo nochmal ein jump pack ok ja wir können matt zum krassen mechanitor ausbilden mit den ganzen sachen kann man mörserrohr herstellen leider nicht ich brauche mit matt nämlich auf jeden fall ich meine was schadet denn also kann ich nicht dieses ding so wieder so bauen und ihm das in kopf setzen das hier make control sub link aber ich kann dann wahrscheinlich weil mir das der chip fehlt weil das ding ist nicht günstig aber da habe ich bis heute im plant can increase the control group count count up to six mache ich das aber ich das nicht wir steuern beides wir steuern monster und die anderen ich mache es einfach für mich jetzt wird es genau so alles gebaut werden oh chat mein koloniewert killt mich nur viel mehr gruppen nicht viel mehr bandbreite warte warte was seriously oh ja oh nein das ist nicht das was ich brauche oh nein das ist nicht das was ich brauche das auch klingt auch nicht schlecht remote shield klingt auch ganz cool das heißt ich brauche mit matt dann doch eher sowas hier so ein bandwidth pack plus 9 das kann man nicht leisten oder so ein kleines aber das ist auch nicht das hier brauche ich einfach nur ausgabe nicht leisten dann warte ich auf die bessere mekanitore sachen da stand aber auch dass der chip workspeter bots erhöht der hier das happening slightly increase the work speed of any mekanitore aber noch ein bisschen sind es eigentlich alle sachen aus dem base game oder dlc oder mods viele dlc einiges mods aber die ganze roboter und so kommt alles aus dem dlc die ganzen monster vampire kommt alles aus dem dlc das meiste was sie sind alles dlcs naja und da gibt mir wird das auch nicht weniger poloniewert habe ich auch kacken angst spiel auch 500 prozent bis jetzt konnte ich alles recht gut abwehren aber so langsam gehen wir die reserven aus ja es ist nicht ungefährlich ich habe schon 20 runs verloren ich wünsche dir viel erfolg die nächsten meine kinderklamotten sind schon kaputt ist die flucht vorbereitet damit scheint sich dem koloniewert prima entgegenwirken zu können nein nein keine flucht mehr es hat sich ausgeflüchtet dann ist der roboter fertig zehn stunden noch okay müll wegschießen aber zum teil schon gemacht gleich machen wir erstmal viele steine gefällt mir jetzt schon feingang steht okay ja wir machen ich meine ich kann auch mehr von diesen dingern hier bauen noch später aber es passt schon könnte man könnte wetter ein altersschwäche sterben neben dessen papier der altert gar nicht ageless war bei base 3 eigentlich wieder das neue dlc der grund für einen umzug äh nee das waren ein größerer breach rate dieser für den gifte generator recht nice wenn man mit robotern spielt ist aber halt eine mod der das gifte problem erleichtert er macht also du kannst giftmüll zu strom recyceln das ist natürlich nice war doch mal zwei drei kleine geschützt haben habe ich doch hier habe sechs kleine geschütze umgebaut fünf stück giftmüll alle fünf tage okay es ist auf jeden fall ganz nice also gut ist natürlich sehr strong aber ist halt auch spart ihr den ganzen giftmüllstress breacher machen spaß breacher sind halt auch wild ich finde das auch cool gegen breacher zu kämpfen aber die sind schwer ja so der ist jetzt fertig so er macht jetzt direkt steine ah mein gott das ist so nice let's go guck mal was ist das ziel von rimmed es gibt viele verschiedene ziele ja so gut das ist ein spiel ein kolonie simulations spiel wo du auf einem planeten abstürzt und versuchst diesen wieder irgendwie lebendig zu verlassen und wir stürzen immer komplett nackt ohne gar nichts einsam ab und dann bist du auf einem riesigen planeten das ist ein single player spiel und du versuchst dann irgendwie ein raumschiff zu bauen zum beispiel oder es gibt verschiedene enden die man erreichen kann und du kannst es dann aber noch durch spielen und jetzt versuchen wir das neueste ende durchspielen mit dem letzten dlc kann man neues ende und jetzt probieren wir das neue ende durchzuspielen das sehr sehr anspruchsvoll ist und ich bin schon echt im 15 versuch guck mal jetzt werden steine gemacht ja das ist sehr gut ah die matteo ist gefährlich in den gang falls von oben noch mal ich komme na dann muss ich was anderes hin bauen philipp da muss ich erstmal eine richtige box oder sowas bauen das muss man für das neue ende machen so wichtig wissen wir es auch noch nicht also da müssen wir die monolithen immer weiter erweitern dann öffnet sich ja so ein höllentor mods es gibt super super viele mods dafür ausrufezeichen wenn wir da siehst du die mod lüste die wir gerade benutzen immer gerne beratino klaro also ich meine wird ist ein geiles spiel wenn ich dafür werbung machen kann meist immer gerne ja ich habe hier bei den ganzen sachen eingestellt dass das eigentlich nur der hellmann darf guck mal ist voll gut jetzt haben sie echt steine langsam macht er gut kann ich den sogar umbenennen ja aber doch das ist dann hier biane unser fabrikator heute geburtstag happy birthday das neue ende ist wild ich freue mich schon noch 20 und 20 übersieht ey 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 relax wir schaffen das wir schauen es mit death rest oh ja death rest bei matt bald schon wieder sess hat noch warum hat sess so schlechte laune oh die hydrone haben wir aber ich glaube ich könnte fast überlegen matt jetzt schon zu schicken ich bin gerade sehr unmotiviert meine kunden weiter zu spielen und habe es zuletzt ausgemacht commitment nachdem randy mir den zweiten quasi von 1,5 jahren geschickt hat letzt habe ich es geschafft alles in jedem durchzubringen aber diesmal muss ich glaube ich einen großen teil der tier ins besondere die kampf elefanten daran glauben ja oder du probierst von außerhalb noch irgendwie ein essen zu kommen welchemals ich installiert habe äh ausrufezeichen rimbad da siehst du die modliste die ich benutze ausrufezeichen rimbad äh dann da ist der link da ist der link das team link guck mal da drauf gleich siehst du die modliste die symmetrie der energizei macht mich ein bisschen horny die ist nicht ganz symmetrisch die sandcastle mod ist süß ja das ist stadt die machen bauern immer schneemänner und wenn du dann halt irgendwie am strand oder sowas wohnen das kann machen die dann halt äh sandcastle ich finde es ganz cool so hab ich gesagt nee nee oh warte was passiert hier gerade also Dani hat sadistic rage und möchte jemanden töten und zwar spartaner spartaner ist dieser wilde typ den wir die kolonie geholt haben und der hat laut geschrien spartaner has let out a twisted half human scream in the distance you can hear other screams answering the call they are coming ok kriegen besuch ähm ähm ok das ist in ordnung monster ohne monolith ähm kannst du mal diese eine tür erstmal kurz schließen kannst du kurz unboxen bitte nicht töten bitte nicht töten bitte nicht töten bitte nicht töten nur unboxen weiß was hast du zuvor nein nein nicht schlagen ok 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 kommst du klar danke fürs zumachen der tür bleibt mal alle zu hause erstmal wir warten bis die monster kommen ich habe keinen detektor aber wir werden sie hören oh ich finde eines der größten downsides von rimmed ist die grafik so richtig schön knacky 4k texturen wären schon geil auch wenn die minimalistische natürlich auch was hat äh ich finde die grafik mega geil und ich liebe sie ich finde rimmed mit vor allem in 3d und schöner grafik wäre glaube ich einfach nicht so schön die grafik im rimmed ist irgendwie so zeitlos perfekt und gibt ja auch sehr viel spielraum für ähm einfach auch so ein bisschen fantasie und so real life perfekte texturen und sowas äh nimmt mir das ein bisschen deswegen genieße ich das eigentlich sehr sehr gerne ich mag die grafiken rimmed ich finde die grafik auch cool wie zb stranded alien dawn oder sowas aber rimmed ist einfach viel zeitloser ok der schafft leider nicht nach hause ok tut mir leid oh gott sind das viele also ich spiele gerne stelle alien dawn verstehe mich nicht falsch hier sind die vorne aber stelle alien dawn hat einfach ähm die stelle alien dawn grafik würde einfach nicht bei rimmed passen oh 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 nein die armen monster er ist ein neandertaler oh mein gott wie viele sind denn das die schließlich sind die wäre auch ja und das ganz schön viele ja wir können auch ein bisschen schön müssen die sofort bekämpfen weil die kämpfen auch gegen andere rates auch ganz cool das ist richtig shelly bin ich vollkommen bei dir hast du die moniten geholt? ne habe ich nicht habe ich nicht die kamen halt weil wir jemanden gefangen genommen haben spartaner und der uns an betrogen hat oder verprügelt wurde und da hat er seine monster gerufen und jetzt will ich dir noch mehr in unserer kolonie haben seitdem ich weiß der monster ist wird zu spannend geworden auf einmal monster gefängnis oder monolith kann ich leider nicht bauen vielleicht sollte ich erst warten bis ich den monolithen habe chat ja lass uns das mal machen lass uns auf die monolithen warten ja 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 das ist eine gute idee wir warten uns auf die monolithen und wenn der monolith kommt dann gehen wir raus dann können wir sie nämlich direkt gefangen nehmen die monster ich brauche jetzt nämlich ein gefängnis für die und das gefängnis bauen wir nach da unten hin hier entsteht jetzt das monster gefängnis da entsteht jetzt das monster gefängnis und und da entsteht das hier entsteht das vampir der vampir bereich geht es wirklich nur bis zwölf oder länger vielleicht ein paar minuten länger aber ich will nicht allzu lange machen ich habe echt hunger und wir spielen die woche sehr viel rimworld aber auf der anderen seite habe ich auch voll bock auf das kann noch ein bisschen warten hört man die tommy hallo hallo oh nice unser kind wurde geboren schmeißt direkt wieder die kapsel rein ach so hat das biostarvation das kind heißt baby eagle ach packt es da wieder rein ok es wächst weiter ok ok äh sanghoon heißt das sanghoon eagle ok ok jene trotzdem die monster töten sollte sollte trotzdem nicht so schwer sein mit vampir nachkämpfern sollte das eigentlich kein problem sein wird bisher sehr wundern warum red das kind eigentlich nackt rum ich habe keine klamotten mehr gehabt ich versuche nochmal neu herzustellen ok hatte ich eigentlich schon die besseren türen erforscht wo gab es denn die besseren gab es nicht so was wie bessere türen auch chat i don't remember wo ist bianne bianne ist der unser neuer roboter da ist das ist bianne ne wo ist da da das ist bianne der macht gerade kinderklamotten ja aber das war die doors geschichte es gab ja noch neue türen in der norma die dazugekommen sind soweit ich weiß oder security doors sicher sind es doch da sind noch die krass security doors ja ja genau hier a heavily reinforced door it is slow to open and requires electricity but it is very strong it's a good choice if you want to keep something dangerous out or in the door requires walls on either side to function hat sie an red provozieren indem du einen stamm dreck schicker könnte man machen ja aber die kommen auch so schon gerne nehmen wir die türen oh haha das imperium ist da die ganzen spät blassen kommen oh mein gott vielleicht habe ich doch ein bisschen angst die tür zu öffnen aber wie ging mir das alles ein bisschen zu schnell dass er sehe ich weiß nicht ob ich jetzt ich glaube ich bleibe bleibe ich glaube wir bleiben bis in unserem bunker sitzen er stört uns ja nicht wenn wir draußen sind vielleicht stehen wir noch ein bisschen oh ja wir können die max rufen ich hoffe halt dass die da will gegeneinander kämpfen aber ich bin mir nicht sicher wie es tun ich weiß nicht habe ich riesiges problem jetzt haben wir ein riesiges problem ich habe aber gut welche getötet oh alter wetter meister einfach nochmal gefinisht oder wetterdoktor war das ich denke ein nahrungsbackup heißt abgetrennt werden muss aber ich brenne die gar nicht ab wir haben genug eigentlich wir haben mehr als genug nahrung da sollte kein problem sein wobei ja kolonie wird 150k oh mein gott meine kinder müssen endlich erwachsen werden ich brauche kämpfer damals wetter meister not anymore jetzt wetterdoktor oh ja death rest ich muss auf jeden fall ja nur death resten wenn die nicht auf max gehen habe ich ein gewaltiges problem weil wenn die dann max dann breachern sind bei mir in der base drin was will ich eigentlich das risiko eingehen wagen wir das erst neben den giftmüll yes entsorge den giftmüll lieber oh Junge wisst ihr wie lange das dauern wird denn zu entsorgen na gut sind pro kapsel immer noch 25 es geht eigentlich das sind 75 und wir haben 250 machen wir vier mal dann ist der giftmüll noch weg das geht sogar das geht doch das sind zehn komponenten und 600 stahl das weiß ich gar nicht wer butze bände ob das damit zusammenhängt davon habe ich viel zu wenig ordnung einfach von vor die haustür kippen und die gegner betreten der killbox zu schwächen nee nee dann spawnen irgendwann mal krasse insekten und sowas weil dann der giftmüll versickert dann in der erde und die ganzen insekten die mutieren dann und dann kommen da riesige insekten greifen die an und sowas weil kommt der toxic waste von den robotern dadurch dass ich roboter habe und immer wenn die roboter sich aufladen und roboter produziert und so was dann steht der toxische abfall kann man karawanna bilden und die giftmüll mit dem und auf dem feld weiter ablegen ja kannst du kannst aber auch weg schicken und sowas irgendwie möchte ich dass die monster wissen wo du wohnst ich glaube wir können die besiegen und überlegen ob wir es vielleicht gleich mal machen dann sind die weg ich habe das risiko nicht ich meine wie hoch ist denn die gefahr dass die wirklich durch meine next durch durch meine dings durchbrechen wisst ihr was ich kämpfe jetzt gegen die ich habe eigentlich keine ich habe eigentlich keine haus vor denen scheiße das ist ja nur so ein cluster die ganze zeit nebel macht ich höre sie draußen schreien chat seid ihr bereit aber die kanalpunkte wird jetzt durch oder die waren bis 0 uhr woher sagen ergebnis wählen überleben alle kunst bis 0 uhr ja wenn jetzt jemand stirbt ist lustig glückwunsch an die belieber oh gott ist das laut kommen die oder finden die uns nicht äh leute wollte mich verarschen wieso geht der leider aus dem kampfmodus raus wieso geht der leute äh sieh so wir sind vampire wir sind die monster nicht hier aber die guten monster ist wichtig dass jemand fragt kommt noch was aber nicht ich glaube das war es schon meine hier sind es jetzt 14 tote gewesen hier oben liegen auch noch mal irgendwie zwölf oder so da liegen noch mal welche ich würde ja eigentlich gern den gefangen nehmen aber ich habe auch keine plattform davon ich suche sie jetzt einfach so und her wo seid ihr mache ich alle fertig 16 jahre alte kind geht raus und sucht die monster es gibt keine monster mehr das ist echt op warte mal ab ich meine 16 nachkampf ist schon krass 16 nachkampf und brawler ist schon krass aber warte mal ab wenn jetzt gleich pablo fertig ist ich meine sein spitzname ist dem man pablo dem man wenn der gleich fertig ist mit tough und nimble was er hundertprozentig kriegen wird ich bin mir sicher kopium er wird in 10 naja der lifter und die besucher schönes dabei gab da nichts was wir brauchen fest erwähne bild die arco nexus oh mein gott mein kolonie wird schon so hoch dass ich die arco nexus festkriege können wir mal hier eine mahlzeit hier mit uns jetzt auch mal ein bier eins ist okay nein du sollst du mit die zuschlagen du idiot hat das ist einfach nur hier entschuldigen das ist einfach nur das ist med wer immer wenn er zur flasche greift dann denkt er schon wieder direkt mit der steckerei da so ein bisschen seine vergangenheit und ihn da ein nach hause kaputte auto durch ja ja die wissen noch mal die sind kaputt gegangen eben gerade ist in der home sondern weil die oberen ist gar nicht nur um so akku nexus ist ein ende von der ziel genau was für eine quest akku nexus ist eine eine andere sände von anderen dc wir können unsere religion reformieren ich glaube es ist für trends human ist zu früh aber ich bin überlegen ob wir in blatt wieder reingehen was wir machen wollten blatt viel ding ist ja die religion hier drinking blatt ist zack wird blatt viel das schon beworben schippt wo wir die vampire anbeten was denkt ja blatt viele into trends human ist erst blatt wieder oder trends human ist es jetzt zu einschreiten braucht viel zu viel strom und dann müssen sie in den schlafen in den kapseln schlafen dann müssen auch noch das rest schlafen und so ich geh auf blatt wieder erst mal okay sir peanut hallo hallo so blatt feeling haben wir jetzt was macht genau blatt feeling mit uns chat blatt vieles should be worship believers will be happy if there is a blatt vieler in the colony and will not mind being fed up okay das heißt wir können auf jeden fall einfach überall blut aussagen wenn wir wollen das gefällt den leuten ähm gibt es noch was anderes was für uns interessantes wie gesagt organhandel und so ist alles akzeptiert don't care executions cannibalismus ist akzeptiert wieso war das dann weg pilze ist preferred small spaces is don't care blindness is horrible corpse don't care execution don't care paste essen don't care scarification horrible skull spikes habe auch keine gebaut müssen wir machen slavery akzeptiert liebe ist frei für alle klamotten sind irrelevant organe ist akzeptiert passt gibt es dadurch eine neue rolle gibt es nicht oder nein warum fungus nicht heilig kannst du nicht heilig machen dass das best aus geht ja christmas tree party haben wir gar nicht drin gehabt ok kannst du social nicht verbessern du aber wir haben schon schnell guck mal hier danny social level 5 alles easy wo darfst du hin drinking beer oder ist über die gesamte karte um ein bier zu trinken ja nein ja ich muss hier auf jeden fall noch mal in der tür hinbauen guter punkt muss auch keine auto da sein reichne ganz normale koma chat die gut aus wir sind sehr gut aus ein rechter bayer für bier machte alles hat mir trotzdem schiss bereitet war vor allem weil ich keine weiteren lances habe das ist uncool i don't like this kolonie wird gleich ich noch weniger 150.000 oh mein gott einfach mal und wir haben jetzt mehr als bei dem ersten umzug da waren das super viele raupen chat oh ja müll verschicken guter punkt ist dann schon eingeladen ja ich kann glaube ich alle drei sogar nehmen und alle drei gleichzeitig nachher war das mal dahin hin doch nicht okay es geht es ganz gut weg mit dem müll ab in den nächsten fluss wenn ich unser problem jetzt war das aber nicht so krasse wüste oder ach es könnte problematisch werden ich habe das gefühl dass meine monotovs zu weit weg sind scheiße die kommen die kommen die kommen die kommen ist nicht gut okay oh fuck ich habe Angst vor feuer oh mein gott wir in die falsche richtung gelaufen riesiges problem mani komm schnell her okay wie viele sind es denn geworden zwölf mega spiders zehn mega scarabs junge yo chat diese feuerfalle ist gefühlt nur noch für eine sache da insekten abzufackeln ihr habt ja für einen ganz anderen grund gebaut 100 grad 150 grad 200 grad 300 grad 400 grad 500 grad 600 grad 700 grad 800 grad stille 900 grad 1000 grad 1000 grad okay humanity break oh guck mal spartaner ist jetzt auch endlich mal in human geworden war schon vorher die ganze monster angelockt damit nichts erzählen wer ein lügner wenn er gesagt hätte da wäre er nicht in human ist denken dass du da ja die falle ist insane die falle funktioniert auch gegen menschen wenn sie uns angreifen die falle haben wir eigentlich für menschen gebaut weil wenn menschen uns angreifen fuckern wir die einfach alle ab aber gegen tiere geht es auch das geht langsam ab so noch 500 grad welchen sekt meinst du ich sehe keine hat schon war spontanisch schon kolonist kann man nicht einfach freilassen der hat noch nicht unsere religion doch hat er jetzt ich bin mir gar nicht sicher ich habe kommentiert ich rekrutiere den trotzdem mal aber ist er definitiv wird kolonist weil der ist einmal ausgeflippt und ich glaube der war da nicht mehr kein kolonist mehr weil er es also gesehen betrayed hat deswegen rekrutiert er aber schadet sowieso nicht weil denn die dadurch auch so schützt gilt ja näher die monotons sollte ich auf jeden fall irgendwo in der nähe lagern und wie vorne oder so so spawnen die insekten ständig dort weiß dort am dreckigsten und am dunkelsten und am wärmsten ist dadurch dass ich hier nie sauber mache weil ich hier keine homesohn drin habe mache ich hier niemals sauber und dadurch ist es hier immer dreckig und durch den dreck wenn es war der bereich dreckig und dunkel ist weil es wahrscheinlich dass heute insekten kommen höher nicht garantiert aber höher jetzt so schön ich auch bei sklaven gespielt das weiß ich nicht aber wir haben jetzt ein social werter hoch genug ist dass wir überzeugen können als in human hat 17 base genau zwei typen gesprochen habe der so geschrieben hat genau und deswegen glaube ich ist nicht mehr unser kolonist glaube schon dass wir die noch mal neu rekrutieren müssen mann ich will das endlich hier pablo jetzt endlich 13 jahre alt wir brauchen deine skills und dann wirst du noch nimbel und dann bist du krass nachkämpfer überhaupt man ich habe scheiße angst wollen die mechanoiden ich habe alles vor 25 rauben joa der kolonie wird der skyrocketet so weit nach oben ok kommt ihr dürftet wieder raus unrestricted baut mir mal wieder feuerfall auf die fernkämpfer ist jetzt vier willst du überhaupt ein künstler haben wir da offensichtlich nicht menschlich ist bist du den überhaupt als grund ist ja klar dann erst recht meine wir sind vampire wir waren alles was nicht menschlich ist der klub da abgefuckt ja fast alle kaum ist kein social die haben eigentlich alle gar kein social weil wir in human sind 0 social 0 social 5 social 0 social 0 social 0 social kinder haben noch so schon weil sie nicht gebrochen wurden weiß gar nicht darüber reden sie denn über spiele über bitteres essen über computertechnologie nett hat erklärt dem kind astrid hat mit erklärt wie man eine smg einig mit hat geprüft ob astrid mit einem großbogen schießen kann wenn sie verletzt ist met hat hier ganz in ruhe erklärt wie man mit einer smg ziehen kann astrid astrid ist irgendwie fünf jahre alt mit hat ihr gezeigt wie auch eine mini gun sicher schießen kann ja und dann haben sie über die wäsche gesprochen wir sind die guten das sind die kürzer die kommunikation bisher so von med dem kind beibringen wie sie mit einwärtigen waffen schießen kann auch wenn sie verletzt ist und da noch mal drüber zu meckern ist noch die wäsche machen muss wer teilt größer kennen wir ihn und so lieben wir ihn hast aber schon fünf shooting und die waffe geschossen heute auch vorhin hat sie hier ein bisschen gewandert met hat die besten fahrt aus krisis so wie sieht es aus ja 37 auf wir werden auf jeden fall morgen werden die kids erwachsen alle das ist mega mega cool morgen werden die drei alle erwachsen und dann können wir morgen richtig voll gas geben hier chat das wird nice so die drei werden morgen alle erwachsen dann haben wir zu einem krassen nahkämpfer vampir mehr und zwei fernen kämpfer mehr alle in vollem montur und haben morgen neun kämpfer und spartaler kommt raus ja morgen zehn leute die kämpfen können dann und dann ist der monolith dran und dann kommen neue kasse events dann probieren wir natürlich die base noch weiter zu gestalten wir müssen bevor wir die monolith holen auf jeden fall den raum jetzt zumindest noch fertig machen dass wir auch die entitäten hier einschmeißen können weil sonst ist ja doof wenn wir es nicht hinkriegen bei regeneration haben wir erforscht pointe was anderes carpet making wir cool oh scheiße death rest ja oh scheiße death rest oh scheiße death rest bei beiden vergessen das gar nicht gut die button buttons für die türen habe ich noch gar nicht gemacht ne aber erforscht habe ich schon ja das sind dann noch super viele blueprints und das nächste baby weiß gar nicht noch weitere babys haben möchte brauchen menschen kundischen schönen aufwärtsräume nein aber wir machen trotzdem schön und wir können atomkraftwerk noch machen sobald ich nicht weiß ob ich es machen sollte oh mein gott wir machen erst mal einen fernseher als nächstes chat wir haben doch gar keinen fernseher in der kolonie ich habe 3000 stahl wo kommt der scheiß her ich weiß aber die ich hoffe dass das hier aggro zieht dass die torrents aggro ziehen so ich brauche jetzt auch noch mal strom drin aber ich hoffe dass es klappt in den torrents bin mir nicht sicher depo ich hoffe das funktioniert wenn ich noch steine gemacht wo ist mein fabrikator eigentlich hat das am laden ok jane fleißiger bianer no chat langsam nimmt die kolonie wirklich gestalten wir haben auch bald das erste devil strand hat da hatten wir schon der bestrend oh mein gott wir haben sogar schon der bestrend was geht los machen wir wahrscheinlich ja shirts nur mit grant und hosen zählen leute auf einem plumpsklo abartig hä nicht abartig das ist wie auf jedem festival beste dixi klo wird keine base 5g im chat das ist das ist daran ich habe es euch prophezeit die tiere jahre kommen weil sie hunger haben die ballismus widerlich selbst einstellen sind der stoff ist egal also einfach alles nehmen was was gerade da ist rest ich habe verschenken mein stoff behalte ich mal ok für teppiche aber der rest ist egal rest aber einfach verarbeiten bei ihnen kann ich dann die resultate verschenken wir die verschenken wir an wir wollen uns noch anfreunden mit den neandertalern und den schweinen und mit allen eigentlich dann schickt jetzt auch hilfe vielleicht brauchen wir doch hilfe droben auch eine killbox bauen ich weiß nicht so richtig wie ich die bauen soll ich habe den kampf anders machen müssen ich idiot nicht so mache ich das anders wenn ihr nächstes mal mich hier oben wieder angreifen breacher angeht gehe ich nicht raus sondern ich positioniere mich hier und wenn ihr dann hier ein brechen dann kann ich jemper granaten werfen mit einem von der seite schießen dann wäre es viel leichter gewesen der kampf also wie ich es gemacht habe ich hatte halt gehofft dass es anders läuft aber das war ein bisschen doof was zu hoffen können wir als fest feiern wir feiern das fest auch ohne dass die anderen dabei sind er hat eben viele menschen starten können und den neandertal in ihrer haut schenken ja das ist nicht so wild dass ich hier nicht weiter gebaut habe weise brandy visitors an forgettable ich war nämlich weitere punkte aber wir über kurz lang werden wir tanne lavack machen wir werden tanne weg machen da werden wir komplett uns der menschlichkeit oder von der menschlichkeit distanzieren dann nehme ich jemand nämlich auf blatt feeling in human ritualist und fancy man ist maxi crazy den kapps sind aber keine mehr damals schon rausgeschickt aber wir können wieder neu machen wir haben schon eine fuhre hat man schon weg gehauen machen wir noch eine fertig das ist aber eine gute idee schon mehr vergessen gehabt reduzieren wir noch mal um 75 kannst du ohne tanne noch pilze anbauen dann aber dann würde ich wenn wir transhumanis gehen würde ich sogar so krass sein wollen und auf hydroponics gehen also statt hier pilze anzubauen richtig high tag hydroponics mit lampen und sowas alles gut ist alles gut war trotzdem gut dass du es gesagt hast weil er jetzt geist weg schicken und dann werden wir auf hydroponics gehen shirt balko traders ein bisschen scheiß loswerden ein geschenk oh leute haben wir noch einen tannenbaum gebracht hat noch schon einen mhm stargold gute nacht ich muss auch gleich man scheiße ich wollte ich habe so lange war das gar nicht geplant shit ich wollte auch viel früher ins bett habt ihr mich hier wieder gebetet ich habe doch gesagt heute noch bis zwölf das ist schon nach zwölf ich verdiene jetzt mal ein bisschen kohle chat auch wenn es vielleicht nicht viel ist aber ich verdiene noch ein bisschen kohle 1700 kriege ich so brauche ich irgendwas ich könnte die medizin noch mal kaufen neutroamin könnten wir vielleicht mal so 30 für gojus kaufen wenn wir das irgendwo mal anpflanzen wollen wobei auf der anderen seite scheiß drauf wir haben gojus auch so noch wir kaufen einfach gojus selber welches zu machen jedi hallo hallo haben die gute bücher nicht wirklich wo haben sie auch keine mein lager ist langsam voll alles gut ich will auch dass er selber haben ich will das immer ein bisschen sparen für lanzen und sowas den heißen scheiß so zwei punkten reichen auf jeden fall das war es das wieder voll und die steine hier müssen auch weg das ding ist auch schon voll fertig weg damit er ist noch nicht voll er ist auch nicht ganz voll aber guck mal das ist hier bald der giftmüll werden im ganzen schon wieder langsam her der sache birthday nice hill hat im gefängnis geburtstag und als geschenk hat er was gekriegt asthma happy birthday kann er mit seinen freunden feiern im gästezimmer cooles geschenk ja unser geschenk letztes jahr war auch nicht schlecht wir haben zwar holzbeine geschenkt aber nur ausgeliehen die muss er wird zurückgeben weil die anderen müssen mussten das auch noch als geschenk kriegen war ja für alle da okay ja guck mal langsam ist gift mir sogar schon fast geschafft also das war das was du hier willst sie überhaupt sang un sang unigel werden wir es jetzt auch ausbilden aber ich noch mehr kinderklamotten jetzt wieder drei jahre in game kommt von da wo er den müll hinschickt dann kurz zurück ich habe wieder meine du hast ihre beine jahre hat gewonnen gegen das den anderen ich glaube dein leben ist wirklich besser als roboter was diese toxic joker die du verärgert sie verstehe ich selber nicht warum ich sie verärgert die wohnen hier unten die sind selber so toxic leute eigentlich mögen sie toxic sachen eigentlich müsste ich mich eher cool finden aber generell ist die mechanik so dass wenn du müll irgendwo hinschickt verärgert so die fraktion in der umgebung am besten zum kinder soll die kinderkleidung machen nämlich kinder sollen bei mir nicht arbeiten sind neilisch vielleicht leidt sie dann schon wesentlich zu denen hinschicken so ein bisschen weiter weg kann auch sein so das ist der perfekte augenblick vor noch was schlimmes passiert heute war wieder sehr ruhig morgen haben einen wichtigen wichtigen stream denn morgen werden die kinder erwachsen und morgen starten wenn die monolithen morgen geht es wieder in die hölle monster gefängnisse action wir haben die verteidigung die funktioniert und ich kann guten gewissens entspannt haben sie gar jetzt der west rett und solchen guten guten gewissens jetzt essen gehen und dann hier morgen mit euch durch starten das wird das ist das wird richtig nice